hallo lieben und einen wunderschönen guten abend willkommen auf dem kanal von tzfn gaming schön dass sie da sein kann leben ja wir starten eine neue folge von das leben der üben lemar und dann nehme euch natürlich mit hin das problem das ich ja gerade habe ist ein ton ach jetzt habe ich schon sagen wo sie mein ton ich möchte was mitreden hier und hören sms und anrufe wir gucken wie immer erst zum sms so zu wissen und diesen zwei anrufen ab 15 und 3 und 15 40 kinder der sonne also das ist ein bisschen früh also vor 18 uhr ist hier nicht das geht nicht nicht an dass jemand die schon zurückgerufen hat dann machen wir das spät ok schmeißen wir uns mal in schale übrigens an die das geld bevor wir es vergessen vielen dank an solid enigma für ihr follow und ihr prime sub im ersten monat das ging quasi eine hand in hand gleichzeitig wir haben mit dabei herausgefunden dass das die spielerin von emilia young ist allerdings können wir im nein nicht von nie von 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 noah 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 ich guck nochmal nach aber wir können sie nicht zuordnen ich glaube wir haben noch nicht mit ihr gespielt aber scheint wohl was mit mcs zu tun zu haben ja schön dass sie auf jeden fall da sind und dankeschön gebraut joa young type man auch noch mag vielleicht persönlich interessiert, sowas einfach immer, wenn neue Follower und Tabs dazukommen, was da für Hintergründe sind. Oh, da wird schon jetzt. Oh, da wird schon jetzt. Oh, da wird schon jetzt. Erstmal frühstücken. Ja, ich gehe auch in einer halben Stunde kochen. Ich gehe auch in einer halben Stunde. 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 Oh. Oh. Ich gehe auch in einer halben Stunde. 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 Das weiß ich durchaus noch. Ja, ich habe mir am Vorfeld gesagt, wenn du beim PD anfängst, hast du für die Lodge keine Zeit, weil das ein fester Zeitplan, Vollzeitarbeitsstelle ist. Deswegen hättest du mal lieber Seawreeze behalten. Nee, ich finde die Lodge toll, ich will bei der bleiben und und und. Hat einen riesen Aufstand vorher gemacht. Ja, mit dem Ergebnis, das hat mich schon in der ersten Woche enthängen lassen. Und jedes Mal, wenn er in Dienst kommt, den immer abkürzt, weil er muss ja zur Besprechung, er hat World of Music-Karten. Das ist, äh, und ich dann jedes Mal sauer bin, enttäuscht bin und ihm das auch mitteile. Weil, das ist keine Arbeitsweise. Beim Dienst kann er ja auch mehrere Stunden verbringen. Und wenn er mit meiner Kritik nicht klarkommt, dann, äh, ja, gut. Aber die Art und Weise, wie er sich mir gegenüber verhalten hat, entschuldige, dass ich da ein bisschen sauer bin auch zwischendurch. Ich bin... Nee, kann ich verstehen. Wenn, wenn das öfter vorkommt, so in der Richtung, dann... Ist es ja. ...absolut berechtigt. Ist es ja. Sonst hätte ich ja nicht, äh, gemeckert. Ich hab ihm gesagt, ja, ich geb dir die Chance, ich schmeiß dich nicht von Anfang an direkt raus. Und als Dankeschön, äh, fällt er mir schon in der ersten Woche so heftig in den Rücken. Und die Wochen danach erst recht. Und jedes Mal, wenn er Dienst macht, muss er den Frühjahr abbrechen, weil er irgendwas anderes vorhat. Sorry, irgendwann ist auch meine Toleranzgrenze und Geduld am Ende. Ich hätte mir das eh jetzt nur noch ein, zwei Wochen angeguckt. Ich glaube, ich weiß, warum er gekündigt hat jetzt. Weil ich zu ihm am Sonntag gesagt habe, das ist das allerletzte Mal, dass du früher gehen kannst. Ansonsten erwarte ich, dass du die Schichten, die du, wenn du eingetragen bist, voll durchziehst. Und er hat nur eine verdammte Schicht in der Woche. Und ist die restliche Woche immer in Dienst. Schwierig, schwierig. Ja, egal, er hat jetzt gekündigt. Ging nicht von mir aus. Ja, dann ist egal. Dann kann er auch nichts mehr kaputt machen. Das stimmt auch wieder. Weißt du, dass du nicht mit ihm rechnen kannst? Das ist eigentlich vielleicht sogar gar nicht schlecht. Ja, zumal Sarah ein ganz, ganz großes Problem mit ihm hat. Okay. Ganz großes. Hat er sicher auch daneben genommen oder wie so? Nein, er ist derjenige gewesen, der sie verhaftet hat im MB. Okay. Ja gut, das ist natürlich dann so ein leichtes Geschmäckle, aber da kann er halt wahrscheinlich nicht viel machen. Keine Ahnung. Wenn er sagt Handschellen, dann kann er nichts machen außer Handschellen anlegen. Ja. Aber sie hat allgemein momentan arges Problem mit PD und, äh, äh, wie ist sie es auch? Absolut verständlich. Ein richtig großes Problem. Deswegen, ähm, ja. Ja. Ist schwierig gerade. Ich war ja gestern Abend nochmal kurz bei ihr im MB. Und, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist sie entlassen auch worden. Aber, ähm, geht sie. Warte, was? Sie haben sie jetzt doch rausgeschmissen? Nein, entlassen. Die ist ja, äh, über Nacht da gewesen. Ach so. Die ist ja beim Heli abgeholt worden. Ja. Als sie neben ihr zusammenkommen. Und dann, ähm, hat sie noch zum Schluss, ehe sie gehen musste, noch, ähm, 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 mal Test gemacht gekriegt, also Herz, Herz-Test. Und, ähm, anschließend, ähm, ist sie hingegangen und hat, ähm, 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 noch ein Langzeit-EKG, glaube ich, ähm, ein Tages-EKG mitgemacht. Und das musste dann noch ausgewertet werden und dann durfte sie, ähm, nach Hause untergehen. Sie war jetzt nicht allein, Kasimir und, äh, Hibiko waren da. Ich war dann auch noch kurz da. Sie hat noch ein bisschen telefoniert und später durfte sie gehen. Aber ich kann ihr, und sie hat mir gesagt, was sie ganz hart getroffen ist, die haben wohl eine Verlängerung der Verjährungspflicht, äh, Verlängerung, Verjährungspflicht, Verlängerung, Verjährungspflicht? Auf 31.12. Ja. Was? Ja. Was ist das nur für Mord oder so ein Kram? Ja. Zumal sie in diesem Schriftstück auch nicht mehr erwähnt wird, aber weil sie in der Akte aufgeführt wird, zählt das auch für sie. Ich habe gerade mit eben, äh, gerade eben mit Elisa telefoniert. Oh. Okay. Sie arbeitet jetzt bei Chicks Chicken und der Yingyang Tankstelle. Aber? Worum das? Weil sie auch suspendiert ist. Okay. Möchte ich wissen, was sie... Da sitzt sie... Dürfte ich dir auch nicht sagen. Okay. Ah, okay. Interne. Okay, okay. Alles gut. Kurz danach hatte ich ein Gespräch mit dem guten alten Hank. Hank? Er fragte mich, was meine Meinung ist zur Einstellung einer gewissen Elisa Borkes. Okay. Wobei Elisa vorhin, äh, angerufen hatte, weil ich bei jenen Angangs gerufen hatte, also... Und. Okay. Warum darfst du da nicht anrufen? Nein, das ist doch ein Rückruf. Achso. Nehme an, äh, Gutschein-Sachen oder so. Oder hattest du da was bestellt? Neh, wegen Gutschein-Sachen, ja. Ah, okay. Ist schon eine Rückmeldung auf deine E-Mail bekommen? Ähm, noch gar nicht geguckt. Könnte ich mal tun. Fiel mir nur gerade ein Vogel, gerade von Suspendierung, Kündigung und was nicht alles reden. Warte mal. Nö, noch keine Rückmeldung. Okay. Ich sehe Saras Auto, aber ich sehe sie gerade noch nicht. Ich will sie mal suchen. Kann ich irgendwas für dich tun heute? Für CVs, für... Da gibt's die... Oh. Nö, aktuell... Okay. Ich bin fast wunschlussglücklich. Noo. Okay. Na gut, dann wünsche ich dir heute viel Spaß. Dir auch. Danke. Vielleicht stelle ich ja heute jemand Neues ein. Gleichzeitig zur Kündigung. Das ist ja praktisch. Ja. 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 Na gut, dann melde ich mich, wenn irgendwas ist. Genau. Ja. Dann, bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Hi. Kommst du uns besuchen hier oben? Äh, so in etwa. So in etwa. Ich vermute, Sarahs Auto ist es. Ich glaube, der Motor war auf diesmal aus. Ich vermute, wo sitzt sie auch hier irgendwo rum? Ja, sie ist noch drin gegangen. Okay, wir schauen nicht kurz auf die Toilette. Oder wollte sie euch was zu essen und drinnen gehen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Okay. Ist schon eine Weile drin, auf jeden Fall. Also nicht lange, lange, aber... Deine Entspannung hat schon eingesetzt. Ich merke, das ist gut. Das ist sehr gut. Diesen Effekt haben viele hier. Okay. Ja, dann gehe ich mal gucken und sperre mal die Lodge auf, dass es der Alltagsgetrieb losgehen kann. Wenn was ist, melde dich ja, dann bringe ich dir was. Ja, mache ich. Gerne. Mache ich, danke. Gerne. Danke. Die auf dem Tresen haben wir von Dreck und weg. Da haben wir uns noch drüber lustig gemacht, dass ich Wendy nicht vorher gesehen habe. Achtung, dies ist ein Kuschelüberfall. Funktioniert nicht. Okay. Macht nichts. Müsst nicht reden. Ich glaube, sie ist aufgerufen. Kuschelüberfallfall. Danke. Vielen Dank. So, hat dich genug geknuddelt. Wäre lustig gewesen, wenn sie jetzt wiederkommen sind und dann hängt da so eine E-Vane an dir. Wo kommt die denn her? Oh Gott, eine E-Vane. Jetzt sind sie bestimmt freuen, dass sie eine E-Vane für mich hat. Die hat sie, die Nachricht hat sie wahrscheinlich schon gelesen, weil die E-Mail war nicht mehr markiert. Jetzt will ich die andere Haufe zurückholen. Dann gucke ich mal kurz. Es ferns. Es ferns. Das war dann mal so, Isala. Am vierten Morgen gestern. Ich habe ein paar Rechnungen rausgeschickt, aber da ist noch nichts eingegangen. Ich habe ein paar Rechnungen. 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 Das war doch ein Sheriff auf dem Fahrrad, kann mir doch keiner sagen. Ich habe das nicht draußen gestanden. Ich hätte so eine Flasche Wasser wie bei den schönen Frauen raushalten können. Schaffst du jetzt noch ein kleines Stück? Ja gut. Ich habe ein paar Rechnungen. Ich habe ein paar Rechnungen. Kolleginnen und Kollegen. Ich habe ein paar Rechnungen Нап exhibit. aber es ist gerade noch beschäftigt braucht noch einen moment ja alles gute ja ich wusel hier rum und machen so ein paar dinge hier war eben gerade ein radfahrer lang gefahren ja ich war mir nicht sicher war das ein sheriff auf dem fahrrad also er war oberkörper frei wird mich wunder wenn es ein sheriff dann war es kein sheriff neben mir unwahrscheinlich ich sehe schon gestalten ich glaube ich habe zu wenig getrunken heute kakao hat nicht ausgereicht keine ahnung was ich hier so gesehen habe fata morgana optische sinnestäuschungen vom einstrahl der sonne okay lassen sich das flächen trainiert er für den triathlon leicht vielleicht bin dann mal so neugierig na gut ich muss immer weiter weiter später nicht später ja 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 so ich hab mal den hier classic smoking und die panik wenn das im 2 wo muss man dring das nach bestellen ha ja ja ach cobalt ja 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 Zoom. 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 ist nicht mehr bereit zu reden nach der Schote. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Hat die da schon wieder so viel geraucht? Heftig. Ach, das Heftig hat gesagt. Fand ich mir gut vorstellen. Okay. Wer ist böse, wenn du sagst, du dankst dir für die weinhalb Schichten, die er in den letzten vier Wochen gemacht hat? Nö, also ich habe aktuell geschrieben, wir bedanken uns für Ihre Arbeit und wünschen Ihnen ja auf Ihrem Berufsweg alles Gute bestätigen, somit den Eingang. Also nichts mit herzlich, also nichts mit herzlich, nichts mit weiteren und nichts, in Anbetracht Ihrer Kündigung werden Sie bis dahin freigestellt, sollten Sie noch Gegenstände Ihrem Spind haben, können Sie diese abholen. Mit freundlichen Grüße, weil er hat auch in der Sie-Form geschrieben, man kriegt auch in der Sie-Form eine Antwort. Ja. Er hat nämlich wieder nicht das Gespräch gesucht, denn er hat nämlich wieder nur geschrieben und deswegen bin ich jetzt zickig. Ja, er hat zwar reingeschrieben, er wäre für ein persönliches Gespräch verfügbar. Ja, aber sowas macht man vorher nicht hinterher. Ja, eben, deswegen. Aber gut, er soll im Krieg glücklich werden. Richtig. Dann wollte er verhaften. Sag ich mal. Okay, dann bis später. Und dann bitte. Vielen Dank. Das hat die Wellen anderen nicht gemacht mit Freistellung für einen Zeitraum, während es der Kündigung ist. Und am Ende würde er es trotzdem nicht verstehen. Wird er auch nicht. Er versteht nicht, wie dreist er eigentlich ist. Nicht Versprechungen und nicht Einheiten, den Gesprächen auf den Weg zu gehen, das ist einfach... Das ist nicht die Art, der dort spielt. Das ist es auch nicht. Wellen fühlt sich von ihm, als hätte er... Er hat ihr gefühlt ein bisschen das Messer in den Rücken gejagt. Hinterhältig und gemein. Und das nimmt sie gar nicht gut auf. Deswegen ist ja auf ihn auch gerade nicht gut zu sprechen. Untertitelung. Vielen Dank. Vielen Dank. Und damit kommt er nicht klar. In Anbetracht des Datenschutzes und ihrer Kündigung werden sie bis dahin freingestellt. Hat wenigstens sinnvollen Internet. Nicht, weil sie nicht mit der Habenl. Was ist aber auf jeden Fall? Ja, das soll so ein persönliches Gespräch auch noch bringen. Gar nichts mehr. Das Einzige, was er sagen würde, ist, er kündigen wegen Sarah. Punkt. Ich glaube nicht, dass er wegen Sarah kündigt. Ich glaube schon, weil er glaubt, dass sie ein achten Korrupt ist. Der Einzige Korrupte ist er. Ich könnte ihn anschwärzen bei Rebecca wegen der Herausgabe von Interna. Macht die Wellen das? Nein. Könnte sie aber machen. Ich glaube nicht, dass er die Uhgabe von Interna. Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das war aber keine 50 da draußen, der ist hier da vorbeigeheizt und ich kann nicht gucken. So, dann können wir das bestätigen was raus. Vielen Dank. Was ich jetzt auch machen würde langsam mal ist ein neues Passwort vergeben. Es sind zu viele ausgeschieden als das. Was ist das? 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 Vielen Dank. 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 Musst man da gleich Blüten kloppen, Sesam öffne dich oder so, ob das sein kann. Nicht verfolgen und ja, müssen wir mal gucken. Dreimal drüber streicheln. Ja, genau. Irgendwie sowas muss es sein. Ach so, verstehe. Ja, das hätte ich vorher wissen müssen. Ja gut, nee, wir sind die Woche über ganz komplett da. Einfach gerne vorbeikommen. Alles klar. Okay, sehr schön. Dann lieben Dank für die Info. Dann lieben Dank für die Info. Gerne, gar kein Problem. Dankeschön. Dann sehen wir uns die Tage noch. Tschüss. Genau. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. 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 Oh Gott, bei einer Stunde. Der wollte eigentlich den Garde gehen. Vielleicht sitzt der in einem Garde und da die live Übertragung. Woh? Ein Bierchen in der einen Hand und der Grillzange in der andere. Und so stelle ich mir das gerade vor. Wir sind doch kein Fußball. Wir sind doch nur, naja, könnte auch eine Gute-Abend-Nacht-Serie sein. Ok, ja, ist ja gut. Spannend wie Fußball ist bei uns manchmal auch. also so war man denn stehen geblieben da habe ich jetzt schon länger nicht mehr das film gesehen ob der kennt die neuen schmieden und so noch gar nicht vielleicht hat er ja gut und wir gehen da müssen dann einmal hingehen wenn nicht kann er unsere videos hier gucken jetzt ansonsten sind die biogs auch gut stimmt so So, ich wollte aber noch das Venture-Passwort ändern. Ich habe dich das denn jetzt nochmal rausgesucht. Da war das, oder? Ja. Ich habe ein bisschen viel Koffein getrunken, es tut mir leid. Oh, du bist richtig gut drauf, sehe ich schon. Du stotzt nur so von Energie. Wie geht's dir? Ja, gut, du sitzt. Ja, viel zu tun, aber läuft. Ich habe noch eine Frage. Habt ihr am Freitag noch was frei? Freitag? So Wellness-mäßig. Nur den Wellness-Klarges-Karte-mäßig oder mit Übernachtung? Nein. Hi. Hallo, na, wie geht's? Okay. Aber es ist doch irgendwie auch schön, wenn diese Spontan-Bucher kommen, die jetzt bei uns wirklich könnte ich ja mal einen Tag gönne. Ja. Okay. 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 Das hat mal eine Frage. Hat geklappt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, aktuell braucht eigentlich nur Emilia, Jan und Sarah das Passwort. Emilia ist aber nicht erreichbar, dann bleiben eigentlich nur noch Jan und Sarah. Sorry. Alles gut. Noch einen Fallschirmsprung für Freitag gemacht. Ne, Donnerstag. Du willst springen oder du hast einen gemacht? Ne, ich geh springen am Donnerstag. Und wie war's? Sehr cool. Aber ich bin dann noch ein bisschen, ich hab meinen Fuß umgeknickt dabei. Oh nein. Oh nein. Aber an sich der Sprung war wow. Wir sind eben bei dem Airfield ausgesprungen und es war halt so ein bisschen Sonnenuntergang schon und es war echt schön. Das glaube ich. Das wäre cool. Ja. So, das ist einfach schön. Also ich würde es nicht machen, ich traue mir das nicht zu. Gebe ich ehrlich zu. Das ist nichts für mich, aber klingt gut. Ja, das ist eine Freundin von mir tatsächlich, die das macht. Ah, okay. Und ja, deswegen, ich vertraue ihr da halt auch. Absolut. Kann ich verstehen. Wenn man so Leute hat, die man vertrauen kann, dann soll man da auch drauf zurückgreifen. Sorry. So, du wartest meines für Freitag. Mit oder ohne Zimmer? Mit Zimmer. Mit Zimmer. Okay. Dann lass mich kurz gucken. Also Zimmer ist kein Problem. Wellness müssen wir kurz gucken, aber ich denke, das ist auch kein Problem. Nee. Das ist kein Problem. Das ist der 8.9. auf den 9.9. Genau. Möchtest du eine Massage dazu buchen? Oh ja. Bitte. Oh, okay. Das sagt alles. Das sagt alles. Also beim letzten Mal hat Kasi echt lange gebraucht. um meine Verspannung aus meinem Nacken rauszukriegen. Kasi arbeitet leider nicht mehr hier. Ja. Ich hab Sarah und Thea. Ihr beides Kollegen von mir. Geil. Okay. Ja, MD. Ah, okay. Ihm die Info kann sagen. Moment. Paradise tauchen. Moment. Habe ich was verpasst? Äh. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Mhm. Okay. Am 8.9. Wann wolltet ihr ungefähr oder möchtest du anreisen? Ich weiß nicht. Wolltest du zu zweit mit jemand anderem? Oder alleine? Ähm. Mit meinem Partner. Mit deinem Partner. Okay. Also zu zweit. Wann wollt ihr denn ungefähr da sein? Dass ich ungefähr grob die Zeit planen kann für die Massage? Hm. Wer denn dazu zwingt, dass er nichts boxen darf? Oh. Okay. Dann machen wir 20 Uhr. 20 Uhr Anreise, mache ich 20.30 Uhr die Massage. Was für eine Massage ist jetzt die Frage? Was hattet ihr denn nochmal? Wir haben die Schulter-Nacken-Kopf-Massage, also alles obenrum, da oben Spannungen sind. Dann eine Rücken-Massage. Dann haben wir die Ganzkörper-Massage, wo noch Arme und Beine dazu kommt und wer mag Füße und Hände. Und für den das nichts ist, hätten wir noch so die Hotstone-Massage und eine Kräuter-Aroma-Massage. Boah. Ähm. Hotstone. Hotstone. Für euch beide und nur für dich? Für beide. Okay. Für beide. So. Das habe ich schon mal eingetragen. Dann müssen wir dir noch ein Zimmerchen geben. Und... Liebsten irgendwas 08, 09. Das ist lustig. Äh, die 109 oder die die 108 sind beide frei? Kannst du dir aussuchen? Dann nehmen wir die 109. Die 109, die Kastanie. Sehr gerne. Das ist mal mein Glückster. Ja, dann erst dann... Dann sowieso. Okay. Erstmal abspeichern. Nicht, dass das hier wieder verschwindet. Ich kenne nicht. Klicke ich irgendwie... Oh. Alles weg. Nochmal von neu. Okay. Ja, momentan ist ein bisschen wild. Ist ein bisschen wild alles. Nachnamen brauche ich nochmal von dir, bitte. Sakura. Ich habe dich noch nicht bei uns drin. Das bin ich gerade. Aber ich frage schon mal hier. Das bin ich frage. Hanako? Das ist der Kuba. Genau. Ich habe eine Hanako Silver hier drin. Achso. Na gut. Ähm. Das ist noch unter meinem Ex-Partner. Also Ex-Mann. Achso. Okay. Ich habe schon wieder eine Namensänderung. Ich klicke nicht. Ich bin geschieden. Oh, das tut mir leid. Okay. Ach, alles gut. Seit vier... Drei Monaten? Vier Monaten? Okay. Wer hat dich denn dann falsch angelegt? Ja, gut. Das ist... Ich weiß nicht, wann ich hier war. Wahrscheinlich ziemlich am Anfang. April, Mai? Ist das zwei Monate? Boah, keine Ahnung. Das war unser einmonatiges Hochzeitstags-Ding. Ich erinnere mich, ja. Ja. Da hat uns was, ähm... Ist aber auch massiert. Oder ne? Doch. Weiner. Dann war wahrscheinlich Sarah, als die es angelegt hat. Okay, dann brauche ich nochmal den Namen, äh... Dann nehme ich den hier raus und ändere ihn gegen deinen neuen oder aktuellen Namen. Wie man so schützt. Mein Mädchennamen. Dein Mädchennamen. So. Den nehmen wir auch. Genau. Sag Ruhe mal. Mhm. Beim MD bist du auch noch, ne? Ja. Okay. Supi. Da frage ich das nämlich noch dazu ein. Ähm, denn wir sind am überlegen, nicht nur, dass das PD und das PCSO 10% kriegt, sondern auch das FD und, ähm, vom MD. Weil jeder von euch kann ja ein bisschen Entspannung brauchen. Mhm. Wir retten jeden Tag einen Menschenleben. Absolut. Und da muss man mal euer, ein paar, äh, bin ich da mal, dann können wir euch ein bisschen entgegenkommen und euch ein bisschen verwöhnen. Ähm, so. Habe ich eingetragen. Dann kannst du den schon mal wieder wegstecken, bitte. Mhm. Und dann... Gebe ich das mal hier ein und... ja, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Dann würde ich dir gleich noch eine Reservierungsbestätigung schicken, wo nochmal alles aufgelistet ist. Ähm, möchtest du ein Abendessen dazu haben? Für später? Ähm, ja, gerne. Okay. In bestimmte Richtung? Also, Fisch, Fleisch, vegan, vegetarisch? Das ist mehr. Ich glaube, mach mal, ähm, ruhig mit Fleisch. Mit Fleisch. Okay. Und wenn ihr in Pio, also Pio-3-Krosaski kommt, ne? Ihr habt bitte kein Zimmer mehr. Das ist, äh, mein Partner. Ich weiß nicht, ob die euch durch die Idee kommt, aber... Okay. Zur Sicherheit. Okay, ich werde den anderen Bescheid geben. Oh, warte, aber ich bin ja die Einzige aktuell. Ja, gut. Entschuldigung. Ist sie aber nicht hier, oder was? Äh, ich weiß nicht, wo sie ist. Ich glaube, die ist mit Tibiko spazieren gegangen. Ah, sehr gut. Deswegen. Ähm, aber Sarah geht's ja im Allgemeinen grad nicht so. Oder? Von daher lass ich sie grad einfach vieles selber machen. Viel kann ich ihr nicht helfen, außer für die, dass wir sie da sein. Das ist das Wichtigste. Dass man jetzt grad für sie da ist. Und, ja, mehr kann ich nicht machen. Ich bin gestern nochmal zu ihr. Vorgestern. Die ist ja neben mir zusammengebrochen. Vorgestern. Und, ähm, das hat mich ja doch ein bisschen erschreckt. Einfach auch. Ach, ja. War nicht schön. Aber, wenn ich ihr einfach nur, wenn ich für sie da bin, ja damit helfen kann. Ja, das ist meistens schon genug. Wie ist sie? Hm? Er ist selber drauf gekommen. Oh, verdammt. Jetzt. Ich hab's nicht verraten. Ich mach's nicht. Nein. Ja, so. Ist eingetragen. Und ich schick dir gleich noch die Reservierungsbestätigung. Mit allen Informationen. Sehr, sehr gerne. Wenn du Sarah aussiehst, richte mal die Begrüße aus. Mach ich. Mach ich. Muss das ja da runter zum Emily. Arbeit ruft. Yay. Danke dir. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Dann hab's noch einen schönen Abend. Danke, du auch. Ciao. Danke, ciao. Kaffee ist noch nicht eingebaut geklungen. Okay, das hab ich eingetragen. Dann brauch ich noch mal mit denen einfach her. 109. 109. Pistanie. Check in 20 Uhr. Abendessen zweimal Fleisch. Eines Tageszeiten. Ja. Massage. Ja. 2 Mal Hot Stone. Reservierung am Empfang war heute. Rufungsbestätigung hab ich noch nicht verschickt. Bezahlt ist auch nicht. 5 und 0. 7 Uhr. 1, 2 mal nach. 2, 3 mal nach. 1, 2. 2, 3 mal nach. 0, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Vielen Dank. 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 ... 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 Ich habe jetzt den Juli dann zu suchen. 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 Dann wäre das Zimmer für 200 Dollar inklusive Frühstück. Dann wäre eine Tageskarte von 150 pro Person drauf. Bei zwei Personen wären wir dann bei 300 Dollar, insgesamt dann schon bei 500. Möchten Sie dazu noch eine Massage haben, kommt es auf die Massage an. Wir bieten Massagen zwischen 10 und 40 Minuten ab. Preistechnisch liegen wir da bei 150 bis 210 Dollar. Kommt also wirklich darauf an, was Sie haben möchten. Und da zusätzlich bieten wir auf Wunsch auch Abendessen an. Bestehend aus dem Menü, Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Okay. Alles möglich. Wie gesagt, dementsprechend können Sie ganz frei entscheiden, was Sie in Ihren Wellnessabend oder Wellnesstag packen möchten. Okay, weil, wie gesagt, ich würde es gerne mit meiner Freundin machen. Das soll so als Dänen gehen. Und wir haben jetzt überlegt, halt vom Freitag auf Samstag. Wir sind aber so ein Langschläfer. Das heißt, ich weiß nicht, ob überhaupt Frühstück für uns dann in Frage kommt, weil wir so ein Langschläfer sind. So spätestens fürs 18 Uhr. Gibt es da so eine Zeit, bis wir raus müssen? Oder ist es euch eigentlich dann egal, wie wir rausgehen? Frühstück habt ihr so und da so mit drin. Also selbst wenn ihr so um 18 Uhr aufsteht, könnt ihr ja dann immer noch. Aber ein gutes Frühstück ist ein guter Start in den Tag. Und das ist unsere Devise. Deswegen, das ist sowieso dabei. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen, damit ihr schon mal gut gestärkt in den Tag starten könntet. Also auch wenn es um 18, 19 oder 20 Uhr ist. Mir wäre es immer lieb, am besten, wenn man am nächsten Tag spätestens 20 Uhr auscheckt. Einfach damit wir Vorbereitungen treffen können, falls danach das Zimmer wieder belegt ist, dass wir das herrichten können und so weiter. Angenommen, sie checken um 20 Uhr ein, dann wäre es optimal, weil die Wellness-Tageskarte gilt 24 Stunden. Und rein theoretisch am nächsten Tag bis 20 Uhr müssten sie dann raus sein. Als Beispiel jetzt. Ist es dann das normale Hotelzimmer bei euch? Das wäre das normale Hotelzimmer? Ganz normale. Ganz normale Hotelzimmer, ja. Okay, das heißt, wenn wir jetzt das Buch, also was würden, also jetzt, ich mache das jetzt ein allererster Mal und gerade auch mit einer besonderen Dame und auch, das soll ja auch so ein Date sein. Ja. Vielleicht können sie mir da irgendwas empfehlen. Mit Übernachtung, ist das das erste Date oder können sie sich schon was länger? Ja gut, wir sind jetzt, sie schläft halt jetzt schon bei mir, aber in einem anderen Zimmer. Das wäre bis Freitag schon, dass, jetzt möchte ich überlegen, das vierte oder das fünfte Date bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Okay, zur Not könnten wir nämlich immer noch hingehen und sagen, erst mal ohne Hotelzimmer, weil das sind Doppelbetten, keine Einzelzimmer. Okay, ja. Also das wären dann sowieso, dass sie in einem Bett mit ihr schlafen würden. Deswegen frage ich extra, wie viel to date, weil sie ja nach einer Fragen, was ich empfehlen kann. Und deswegen brauche ich ein paar Hintergrundinfos. Ich würde, ich kenne sie jetzt beide leider nicht persönlich, deswegen kann ich schwer das nur einschätzen. Ich würde, also tatsächlich, ich würde, ich würde ihr halt erzählen, dass es Doppelbetten bei euch gibt. Und ob sie dann, ob sie dann trotzdem... Ui, die ist dolle. Entschuldigung, ich habe mich nicht mehr ein bisschen verschluckt. Alles gut. Dass es nur Doppelbetten bei euch gibt und dass es keine Einzelbetten gibt, ob sie dann trotzdem mit Übernachtung möchten. Wenn sie dann sagt, trotzdem mit Übernachtung, dann wäre es ja auch... Dann ist das kein Problem. Ja, genau. Das ist kein Problem. Sowohl als auch. Also das ist wirklich kein Problem. Deswegen frage ich extra, weil sie ja sagten, mit den Übernachtungen sehr kurz und erst zusammen dementsprechend. Das sollte man halt berücksichtigen. Weil es gibt Personen, die sagen, kein Problem, machen wir gerne. Die anderen sagen, ist mir aber noch zu früh. Deswegen ist es immer die Frage, wie man es abwägt. Aber ihr Name war nochmal, dann schreibe ich mir das schon mal auf. Alex Meesel. Ja. Gut. Und dann war das von Freitag auf Samstag, richtig? Genau. Oder halt nur Freitag. Oder nur Freitag. Genau. Es kommt dann natürlich auch auf die Dame drauf an. Ich will das mit ihr absprechen. Ich will sie nicht von Kopfschlosen muss. Ja. Wenn ihr jetzt sagt, guck mal, ich habe jetzt gebucht. Von Freitag auf Samstag sind wir Doppelbetten, müssen wir jetzt zusammen schlafen. Nein, sowas mache ich nicht. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Okay. Gut. Dann hätten wir einmal die Wellen des Tagesgarten jetzt erstmal. Für sie beide. Ja. Die auf alle Fälle. Ja, die auf alle Fälle. Braucht man da irgendwie eine Badehose oder sowas? Sollten sie mitbringen für die Wirrpul und die Sauna. Das ist immer angenehmer. Handtücher werden von uns gestellt. So, die müssen wir dann noch Badeanzug organisieren. Das dürfte kein Problem sein. Entweder bei Binkos oder Suburben gibt es Bikinis und bei Barbas gibt es ja die Badeanzüge. Übrigens der hübsche Neue, falls ich da so einen kleinen Tipp geben darf. Bei Barbas gibt es so Badeanzüge? Nein, nicht nur. Eine Bikini? Ich glaube auch, aber ich bin mir nicht sicher. Ich war lange nicht mehr da. Bei Suburben gibt es echt Bikini? Zumindest in meiner Zeit, wo ich welche gekauft habe. Ja, ich weiß nicht mehr, wie das heute ist. Das kann ich nicht genau sagen. Das ist doch schon eine Weile her. Und zur Not am besten kann ich wirklich nur Badehose empfehlen. Ja, ja, ja. Okay, nochmal zu uns zurück hier für die Buchung. Wir nehmen die Wellness-Tageskarte für zwei Personen. Für den Abend, das sind 24 Stunden. Massage oder Abendessen? Dazu oder dann nicht? Würde ich schon das Abendessen dazu nehmen. Also einfach dieses romantische Essen gehen, weil wir sind noch nicht dazu gekommen, romantisch Essen zu gehen. Wir sind bis jetzt immer nur auf meinem Balkon gelandet und haben dann auf meinem Balkon schütteln über dem Meer gegessen. Oh, das ist doch auch schön. Ja, aber man möchte ja auch mal... Immer schönes machen. Das verstehe ich. Na klar. Das verstehe ich. Wenn, also Massage würde ich ihr überlassen, ob sie das machen möchte. Das muss ich auch mit ihr abklären. Ja. Information brauche ich dann spätestens morgen, damit ich die Wellness-Fachkräfte für den Abend einteilen kann. Da brauche ich immer zwei, drei Tage Vorlauf. Okay. Ja, ja, alles gut. Ja, 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 ja. Also morgen können wir das auf jeden Fall klären. Okay. Also morgen weiß ich da schon mehr. In Atmen. Gut, dann mache ich bei Massage und Hotelzimmer noch ein Fragezeichen, buche aber schon mal die Wellness-Tageskarte oder reserviere sie schon mal für den Abend. Ich gebe auch schon mal eine Info an die Küche sozusagen weiter, dass wir... Äh, auch Abendgäste haben und würde das Ganze vorbereiten. Ähm, sobald sie die Information bekommen, würde ich sie bitten, einmal kurz bei mir nochmal anzurufen, dass wir dann die Sachen entweder dazu oder wieder... Äh, in dem Fall dazu, weil ich lasse die jetzt noch mit dem Fragezeichen stehen, dass ich da vorbereitet bin, was genommen wird. Also sehen Sie morgen auch... Wie lange sind Sie morgen erreichbar? Ähm, morgen sind wir bis ungefähr 22, 22, 30. Okay, weil sie hat nämlich noch Fahrprüfungen um 20 Uhr. Also ich hoffe, dass sie wirklich um 20 Uhr ist. Nicht, dass die Fahrschule wieder sagt, äh, äh, wir lassen die wieder länger warten. Okay. Ähm, ansonsten muss ich gucken, ob sie vorher aus dem Haus gestappelt, also aus der Wohnung gestappelt kommt, äh, dass ich das schon vorher mit ihr klären kann. Also das kann ich halt noch nicht genau sagen, wann ich morgen anrufe. Okay, kein Problem. Wie gesagt, wir sind 22, 22, 30, um, äh, erreichbar bis dahin. Ja, genau. Und ansonsten würde ich Ihnen noch eine schnellen E-Mail schreiben. Das geht auch. Also was sind wir jetzt beim Preis, bei den, bei den, ähm... Bei der Wellness-Tageskarte sind das 150 pro Person, das sind 300 Dollar. Dann käme das Abendessen hinzu. Da kommt es drauf an, was Sie gerne Abendessen möchten. Vegetarisch und vegan haben wir aktuell für 80 Dollar. Und Fleisch und Fisch liegt bei 150 Dollar. Das ist auch noch schwer, da muss ich auch noch nicht, äh, reden, was Sie gerne essen möchte. Wahrscheinlich. Also. Ja. Ähm, das, was Sie gerne essen möchte, ähm, nicht, dass ich das Falsche bestelle, aber ich glaube, Sie essen Fleisch. Wie gesagt, gerne nochmal nachfragen, ähm, das ist kein Problem. Zur Not können wir das auch noch am Abend selber entscheiden. Das ist jetzt nichts, was vorher wir... Ich gebe lediglich der Küche Bescheid, dass wir, äh, Gäste zum Abendessen da haben und dann, äh, funktioniert das. Da kann auch am Abend selber entschieden werden, worauf man Hunger hat. Da sind die Geschmäcke ja unterschieden. Das, das ist, finde ich sehr gut, ja. Ja, 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 ja. Wie gesagt, das finde ich, das finde ich, das finde ich sehr gut, ja. Wie gesagt, das ist nur die Information, Abendessen, ja. Dementsprechend können wir uns drauf vorbereiten. Ja, also, wie gesagt, ähm, das Abendessen auf jeden Fall. Also, ich weiß, dass Sie bis jetzt alles gegessen haben, was ich schon in meinem Kühlschrank hatte. Okay. Ähm, aber, ja, ich will das auch alles bis jetzt so ein bisschen perfekt planen. Ja, das verstehe ich. Gerade, das machen aber viele hier, die überlegen erstmal in Ruhe, holen sich die Informationen ein und entscheiden dann wirklich manchmal auch nach der Sprache. Ja, ich habe nämlich bei euch mitgebaut. Mitgebaut? Bei McGill? Okay. Ja. Also, auch den Wellnessbereich und den Suiten wahrscheinlich, richtig? Ja, natürlich, ja. Ich war einer von denen. Ah, sehr gut. Ich habe schon von einem gehört. Hm, was sagten Sie? War einer, ich war einer von den vielen. Wir haben euch liebevoll den freundlichen Heuschreckenschwarm genannt. Weil an dem einen Tag, als ihr da zu gefühlt 20 Leuten plötzlich rausgekommen seid, dachte ich nur, wo zum Teufel kommt ihr alle? Ja, ich habe das schon gemerkt. Heuschrecken. Ich sage ja Heuschrecken. Aber positive Rollstrecken, also von daher, alles gut. Naja, die Suiten sind leider noch nicht in Vermietung. Bereitschaft, ja. Ja, da haben wir noch eine Schlüsselproblematik und da warten wir noch auf ein Rücksprachengespräch vom Hofag. Kannst du da schon mal sagen, was die kosten werden? Wahrscheinlich, also aktuell wird es so sein. Aktuell kosten unsere Zimmer 200 Dollar mit Frühstück und plus Wellness-Tageskarte. Für zwei Personen sind wir ja im Normalpreis bei 500 Dollar. Wir gehen davon aus, aktuell, dass es 600 ungefähr wahrscheinlich kosten wird. Weil da ist der Wellness-Bereich ja schon inklusive. Das finde ich echt gut, muss ich ehrlich sagen. Man hat ja seinen eigenen Wellness-Bereich. Richtig, richtig. Ah, und wie gesagt, das müssen wir leider erst absprechen. Das geht nicht so einfach. Ah, okay. Ja, ja, das ist morfaktisch. Man hat es lieb. Ja, also bisher waren sie immer superlieb zu mir. Also nach dem, was ich jetzt als letztes auch ein paar Infos gekriegt habe, sie sind so lieb zu mir gewesen. Ich weiß nicht, habe ich irgendwie einen, äh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, dann habe ich jetzt erstmal Informationen. Dann würde ich ihnen auch zur Not noch schnell, ähm, ähm, wie gesagt, eine E-Mail schreiben. Aber ich schreibe jetzt der Dame heute schon mal eine SMS. Ja. Die scheint nämlich noch, ähm, im Bett, die scheint noch zu schlafen. Ja. Und sobald sie, denke ich mal, aufsteht, wird sie dann ja auch, ähm... Die Nachricht lesen. Das stimmt. Die Nachricht lesen. Und dann kann man ja, ähm, dann soll sie mir sagen, was sie isst und ob sie mitmassagen möchte, ob sie ohne Massage möchte. Ja. Und, ähm, ob sie jetzt doch schlafen möchte oder nicht schlafen möchte, ja. Genau. Wie gesagt, das ist alles möglich. Deswegen haben wir das Ganze ziemlich flexibel einfach auch gestaltet, sodass jeder sich das selber auch gestalten kann, wie er es möchte, weil jeder hat hier seine anderen Vorlieben und, ähm, von daher wollen wir da auch flexibel entgegenkommen. Okay, gut. Dann bedanke ich mich schon. Sehr gerne. Und, äh, warten wir auf die Rückmeldung. Wie war es so schön gesagt. Ja. Dann bedanke ich mich. Herz, äh, sehr gerne. Dann einen schönen Abend Ihnen noch. Danke. Tschüss. Gerne. Tschüss. Schwere Geburt. Macht nix. Mhm. Schwierig. Vierte Date. Na, immerhin fragt er mittlerweile die Fragen ein, vorher. Schon wieder Telefon. Babylatch, ihr werdet mal am wunderschönen Abend. Wie kann ich helfen? Einen wunderschönen guten Abend, Crown Cinema Apparat. Ich hätte da eine Frage. Ja, sehr gerne. Und zwar, ähm, ich habe jetzt schon sehr viele von der Babylatch gehört und gelesen. Ja. Allerdings konnte ich mir noch keinen genauen Eindruck davon machen, was denn euer Aufgabenbereich ist. Ja. Und ich wollte mal nachfragen, ähm, wie das auch mit dem Spa abläuft und was das alles kosten würde. Ja, also wir sind ein Hotel und Spa. Ähm, sind, ähm, sind, äh, von unseren Wellness-Fachkräften, werden die durchgeführt, die sind speziell darin ausgebildet, ähm, und dort haben wir ebenfalls verschiedene Möglichkeiten an verschiedenen Massagen. Angefangen von nur 10 Minuten bis zu 40 Minuten, ähm, ähm, ganz darauf geachtet, was denn ihre Vorzüge sind, beziehungsweise was sie sich denn wünschen an einer Massage. Ähm, zusätzlich bieten wir an, um das ganze Paket abzurunden, ein Abendessen bei uns hier im Hause. Ähm, wir haben verschiedene Menüs zusammengestellt, bestehend aus einer Vorspeise, einem Hauptgang und einem Dessert nach Wahl. Also so, dass man den Abend auch, oder das Wochenende immer gut abrunden kann, je nachdem, wie lang man bleiben möchte. Mhm. Ähm, dann kommen wir jetzt zu dem, was mich am meisten beschäftigt, was kostet das Ganze? Okay. Also, die Frage aller Fragen. Die Frage aller Fragen ist die Preisfrage, das verstehe ich. Ja, das liegt nämlich darin, ich bin jetzt auch relativ neu hier in dieser Stadt und, ähm, ja. Ja, aber ich möchte halt meiner Freundin nur das Beste vom Besten bieten. Ja, das verstehe ich. Ähm, wir haben, äh, Zimmerpreise aktuell von 200 Dollar die Nacht. Da ist ein Frühstück, äh, inklusive. Mhm. Ähm, dann haben wir unsere Wellness-Tageskarte, wo sie, ähm, die kostet 150 Dollar pro Person. Ich sage extra pro Person und pro Nacht, denn, ähm, das sind einmal Zimmerpreise. Da können Sie bis zu zwei Personen in dem Doppelzimmer nächtigen. Ähm, bei der Tageskarte ist es ein Personenpreis, deswegen 150 pro Person für den Wellnessbereich. Da können Sie aber auch 24 Stunden drin sein. Empfehle ich jetzt nicht, äh, 24 Stunden in der Sauna nur zu sitzen oder im Wirrpool aus medizinischen Gründen. Ja. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich verstehe das Prinzip einer gekochten Nudel. Ja, zum Beispiel oder Dampfgedagert und, äh, man weiß ja. Ist nicht gerade angenehm. Äh, deswegen aus medizinischer Sicht kann ich das nicht empfehlen. Ich würde Pausen einlegen. Ähm, dann haben wir diese, äh, Möglichkeit der Massage. Wie angesprochen, zwischen 10 und 40 Minuten. Spielt sich im Rahmen zwischen 150 und 210 Dollar ab pro Massage. Kommt drauf an, welche Massage Sie sich wünschen. Wir bieten einfache Schulter-Nacken-Kopf-Massage an, dann eine gesamte Rücken-Massage. Wir hatten eine Ganzkörper-Massage, wo zum Rücken, Schulter-Nacken-Kopf noch die Arme und die Beine kommen. Ähm, auf Wunsch auch Hände und Füße. Ähm, weil das nicht jedermanns Sache ist, äh, ist das auf Wunsch. Sag ich extra immer dazu. Und wir bieten eine Hotstone-Massage und eine Aromakräutermassage. Das sind so unsere Massage-Arten, die wir hier in der Lodge zur Entspannung anbieten. Ähm, Abendessen spielt sich bei uns, äh, in zwei Preiskategorien. Ab einmal vegetarisch und vegan liegt bei 80 Dollar aktuell und Fleisch und Fisch liegen bei 150 Dollar pro Person. Das sind so unsere Preise aktuell. Ähm, dann Frage zum Abendessen. Ja. Muss man sich das gesamte Paket bieten oder kann man einfach auch zum Abendessen vorbeikommen? Es geht aktuell, also wir sind keine Gastronomie, wie Sie das kennen, ähm, jetzt aus den anderen Restaurants. Wir sind eigentlich eher ein Restaurant, wo wir uns um unsere Gäste kümmern, die hier vor Ort sind. Ah, gut zu wissen. Wir sind kein Restaurant, wo man, wie Sie vielleicht von der Wurstpumpe kennen und der Zeche oder von Hanni Steiner, wo Sie hingehen können. So ein Restaurant sind wir nicht. Nein, 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 das habe ich auch so, das meinte ich auch so nicht. Nein, ich kenne das halt von vielen anderen Hotels, da war es auch so, dass die halt einfach ein integriertes Restaurant gehabt haben. Ähm, da war es dann halt so, dass man sich das schickt machen konnte. Man konnte dann einfach so reingehen, ohne zu nächtigen. Deswegen die Frage. Aktuell bei uns, also ich würde Sie jetzt nicht wegschicken, sagen wir es mal so, wenn Sie am Verhungern sind, aber eigentlich sind wir nur für unsere Gäste da, die, äh, die auch hier nächtigen, beziehungsweise, äh, den Wellnessabend verbringen, auch ohne Nächtigung. Okay, sehr gut zu wissen. Deswegen sage ich immer, es wird gerne in Kombination auch gebucht, dass Sie Abendessen und Wellness-Tageskarte, äh, nehmen, manche nehmen, äh, viele nehmen auch nur eine Massage dazu. Das ist so das gänningste, äh, Paket, sage ich mal, in Anführungszeichen, das sich zusammengestellt wird, um sich einen wunderschönen Abend zu gönnen. Also, falls ich Ihnen das empfehlen kann. Sehr schön, dann weiß ich Bescheid. Und ich werde mich dann mal die Tage melden bezüglich, äh, meines Termins. Sehr gerne. Oder kann ich einfach vorbeikommen? Ähm, für Zimmer und den Wellnessbereich, so wie Abendessen, ist das kein Problem. Äh, da können Sie eigentlich direkt immer vorbeikommen, wenn wir geöffnet haben. Ähm, für die Massagen brauchen wir zwei bis drei Tage Vorlaufzeit. Natürlich. Ja. Sehr schön. Dann bedanke ich mich für die Auskunft. Sehr gerne. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das wünsche ich Ihnen auch. Einen schönen Tag noch. Und bis demnächst. Bis dann. Tschüss. Richtig. Ruhige. 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 Ja, ich weiß, dass du bist. Das Problem ist, der Bock wehrt sich noch. Äh. Ich bin jetzt in der dritten Ruten im Munchen. Ja. Ruhige. Ja. Ja. Ruhige. Das stimmt. Vielen Dank. Alex Mason, Alter. Der hatte sich auch mal beworben. Ja, ist abgelehnt worden. Das wäre nichts geworden. 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 Sie sind beobachtet worden auf Seiten? Ich weiß nicht. Auch wenn das von hier aus vielleicht so aussehen mag. Nein. Ich bin telefonieren gewesen. Sie sind nicht in einem Heli vor uns geschwebt. Im Heli? Was waren die denn mit dem Heli hier? Es war nicht das Piddy. Das haben wir angerufen. Der war komplett schwarz. Nicht dein Ernst? Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Doch. Ein schwarzer Heli, der nicht vom Piddy ist. Ja. Bist du sicher, dass du von Piddy beschattet wirst und nicht von denen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich zweifle an meinen Faktor. Ich frage nur. Also wirklich, ich frage nur, ne? Weil du fühlst dich beobachtet und jetzt taucht da ein schwarzer, ähm, da ist das die CSO. Habt ihr die gerufen? Nee, aber wahrscheinlich kommt es deswegen. Ah, das ist Rebecca bei. Also alles gut. Ich weiß nicht, ob sie ich... Ich glaube, das ist Rebecca, oder? Nein, das ist doch nicht Rebecca. Hallo. Wunderschön. Ja, ich konnte ja jetzt nicht einfach nach dem Anruf, äh, jetzt einfach weiterfahren. Hallo. Deswegen sind wir jetzt hier. Also jetzt noch... Leute erkennen. War das nah genug? Oder können Sie mir mal zeigen, wo, in welcher Höhe und... Der war keine Ahnung. Lassen Sie mal 30 Meter über, 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 über hoher See gewesen sein. Also Luftlinie ist so, keine Ahnung, 60, 70 Meter, würde ich jetzt sagen, von uns weg. Also so in die Richtung quasi? Ja, wir saßen unten am Strand gerade eben. Ach, Sie saßen am Strand unten. Okay, okay. Ja, stimmt, das hatten Sie gesagt. Und, 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 naja, der ist, naja, gute 10, 15 Sekunden, definitiv, äh, hat der uns angeguckt. Also der hat uns direkt wirklich... Also mit der Schnauze vom, 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 vom Heli quasi in Ihre Richtung? Ja. Ja. Hat sich so direkt umgedreht. Ja. Also... Ja, ich würde sagen, wir, äh, und der ist dann Richtung Schumasch, hatten Sie gesagt. Ja, der ist dann, dann, äh, über uns hinweg und dann weiter, äh, nach Süden. Ähm, also, ja. Ja, okay. Ähm, ähm, gut. Ja. Gut. Also ich, ich kenne ja diese Helis. Ja. Ähm. Ich meine, vom Anfang des Jahres? Mhm. Also, die Dame hier kennen Sie wahrscheinlich ein bisschen besser. Sie war ja draußen. Ich habe halt die Leute wieder zusammengeflickt, aber, ähm, ja, vor allem, es sind momentan auch wahnsinnig viele Leute hier, die einfach die ganze Zeit, ich dachte die ganze Zeit, ihr beschattet mich aufgrund dessen, äh, wegen dieser Korruptionsscheiße im MD. Das, das wäre ein bisschen heftig mit mir, oder? Ich wollte gerade sagen, also. Sie lachen. Die Kollegin ist in der Sauna beschattet worden. Da war draußen. Mitten im, im Wald einfach ein Pickup. Was für ein Pickup? Äh, ein Heller. Nee, ein Heller. Also ich fand's nur sehr auffällig, also. Es war, ähm, Freitag. Und momentan, keine Ahnung, andauernd, äh, in der Alta Street, als ich, letztens, heimgegangen bin, also vom Parkplatz, äh, hat's dann auch auf einmal im Gebüsch geraschelt, wo ich mal gedacht hab, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ihr das seid. Ich hab dir gesagt, die sind das nicht. Also, Entschuldigung, dass ich jetzt lache, das ist absolut nicht, also, ne, ich mach mich nicht über die Situation lustig, aber wir sind, also, nee. Also, ich bin mir ziemlich sicher, ich mein, weil alles wissen wir natürlich auch nicht, aber, ähm, nee, das, äh, ein Pickup. Deswegen bin ich so oft da draußen gehockt, dass die einfach das leichter hat, dass die mich beschatten können. Äh, nein, hätten Sie vielleicht, hätten Sie vielleicht ganz kurz den Ausweis für mich nur, dass, wenn wir mal Fragen haben sollten, wir wissen, wer uns die Info gegeben hat. Ja, hier. Sarah ohne Haar. Ja. Ja, das passiert, wenn man von OPW fahren würde. Was will denn Operation Black von Sarah? Wie gesagt, die Kollegin ist vor zwei, drei Tagen, oder? Wann war das? Das wird so viel über Lügen geredet. Wo du, wo du hinten warst? Ja. Wir haben hinten, äh, Sauna und, und Pool, Workpool. Und da meintest du ja irgendwas? Ja, wir waren Freitagabend in der Suite, ähm, weil wir ja dann einfach nur noch ausklingen lassen wollten, nach Hause wollten wir nicht. Und, ähm, wie wir saßen dann in der Sauna und ich guck so Richtung Montchilliatt und denk mir so, warum steht da ein Fahrzeug? Und wo ein Fahrzeug ist, muss ja auch irgendwo ein Fahrer hocken. Richtig. Ja, ich kenne die Suite. Ich kenne den Sauna-Bereich. Dementsprechend. Das kann halt dann hinten, wenn man erhöht hockt, äh, kann man zumindest so ein bisschen rein, aber, also, gucken. Vor allem, wenn man da noch in einem Fahrzeug sitzt. Ich würde sagen, wir gucken mal am Strand eben. Und sie bitten dann auch erstmal hier zu bleiben. Ja. Und, ähm, wir kommen dann auf jeden Fall gleich nochmal auf sie zu, ja? Okay. Okay, alles klar. Dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Dankeschön. Ich hab dir gesagt, die sind das nicht. Ich trau ihnen nicht. Ich glaub nicht, dass die das waren. Ein schwarzer Heli? Aber warum sollte die schwarze Heli dich beschatten? Das gibt doch keinen Sinn. Ähm. Tatsächlich gibt es Sinn. Ähm. Wä? Also, wenn man, wenn man es ganz doof. Du hast sie zusammengeflickt. Ja, ich hab einen, ich hab einen davon zusammengeflickt, ja. Dann müssen sie dir ja eigentlich dankbar sein. Dankbar sein und damit wir uns das Team aufnehmen wollen. Oh, wow. Oh, wow. Ich dachte, darauf würdest du ihn aus. So, darauf, äh, was? Was? Komm in die Gruppe. Wir hatten einen Teil vom Team. Ja. Ja, gut. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, ganz ehrlich, so. Na, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, natürlich. Natürlich. Wild. Kindchen, 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 Kindchen. Lass dich nicht mit so bösen Leuten ein. Ich tue gar nichts. Ich tue meinen Job und damit hart sich die Sache. Aber deswegen bin ich ja die ganze Zeit da draußen gehockt. Okay. Dass die, dass die nicht rumtun. Aber es ist schon aufwichtelfällig, wenn der euch wirklich hingeschaut hat sogar. Ja. Gruselig. Gruselig. Oh. Wurde grad sein, dein Auto fährt vorbei. Aber das kann ja gar nicht sein. Da steht der da. Ähm, ja. Wer ist mein Auto? Guck mal, dein Auto fährt von alleine. Ach nee, steht noch da. Alles gut. War ein anderes. Ein ähnlicher Stil. Ich war, ich war abgelenkt. Welche Farben? Äh, dunkel. Es gibt nur vier von diesen Autos. Also. Was ich weiß. Okay. Keine Ahnung. Ich war ein dunkler. Ach so, den Block habe ich hingelegt. Als Gästebuch sozusagen. Falls jemand was eintragen möchte. Ach so. Das sind schon irgendwelche geheimen Botschaften. Nee. Auf die Idee bin ich leider erst gestern gekommen. Da hat mich einer der Gäste, der drauf aufmacht, also so indirekt. Weil die hatten sich hier unterhalten. Standen hier. Und hatten ein bisschen blöd wegen der Zeichnung gequatscht. Und da ist mir die Idee gekommen, warum lege ich da nicht einfach einen Block hin als Gästebuch. Da können sie sich dann gerne eintragen. Ist ja auch schön für uns. Und falls jemand mal wirklich vorbeikommt und ein bisschen blättern möchte, ist das ja auch spannend. Ist nur so ein Gedanke gewesen. Und gleich wieder. Ach, die kommen gerade. Ja, aber was wollen die denn jetzt danach gucken? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich wollte es nicht unterfragen. Ja, ich auch nicht. Aber. Der hat auch nichts fallen lassen, oder? Der hat nichts runtergeworfen. Was, der hat was runtergeworfen? Nein, nein, nein. Der hat nichts runtergeworfen. Nein, nein, nein. Das war jetzt die Frage. Also zumindest wäre mir nichts aufgefallen. Okay. Also klar, wir haben jetzt natürlich nichts mehr sehen können, weil es ja auch nichts, was Spuren hinterlassen würde. Wir werden, also wir würden Sie bitten, vielleicht heute den Strandabschnitt erstmal zu meiden. Sollten Sie irgendetwas in dieser Art nochmal sehen, dann bitte unverzüglich die Infohotline anrufen und dies melden. Und ich werde auch vermehrt Streifen heute hierher schicken. Das ist lieb. Ich würde Sie bitten, wenn Sie einen Helikopter nochmal sehen sollten, bitte nicht sitzenbleiben oder so, sondern dann zusehen, dass Sie irgendwo nach drinnen kommen, ja? Und gleich den Notrufilen. Ich weiß nicht, ob das so ideal ist, wenn man auf einmal aufspringt und wegrennt vor so einem Heli. Ja, vielleicht nicht so auffällig. Also so blöd es klingt, ich weiß, was, ich habe Menschen gesehen, die diesen Heli auch gesehen haben und ich habe gesehen, wie die beieinander waren. Oder Sie halten sich jetzt gar nicht im Moment draußen auf, nicht in diesem Abschnitt jetzt. Das Weitere, falls Sie nochmal so eine Situation haben sollten, also jetzt nicht nur heute, sondern auch demnächst, wenn Sie sich aufhalten oder auch mit der Sauna, dass Sie wieder das Gefühl haben, dass Sie da ausgespäht werden, rufen Sie den Notruf. Dann schicken wir jemanden vorbei und prüfen das. Genau. Okay, machen wir mal. Wie gesagt, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ihr das seid. Auch dann können Sie den Notruf wählen und nachfragen. Sie bekommen nicht unbedingt eine Auskunft, aber... Entschuldigung, warte, das ist also wirklich ein bisschen lustig. Ja, gut. Ganz kurz, hätten Sie vielleicht irgendwo hier eine Toilette, die ich benutzen dürfte? Ja, aber sicher. Einmal hier um die Theke rum und die erste links. Super, ich danke Ihnen. Gerne. Okay, okay, okay. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass das keiner von uns ist. Dann würde ich aber auch Sie bitten, die anderen Behörden darüber zu informieren, dass eventuell heute noch was passieren könnte, weil... Wann geschehen. Ich habe das sofort fertig gegeben. Und wir sind jetzt alle in Alarmbereitschaft quasi. Na super, jetzt hast du sie alle aufgeschreckt. Ja, was liefst denn? Muss ja sein. Ja klar, verstehe ich. Ich war damals noch zu dieser Zeit noch nicht hier auf der Insel. Für mich ist das das erste Mal. Ja. Ich möchte auch sagen, dass ich vielleicht nicht, ich würde nicht sagen überfordert, aber teilweise, wir sind dafür nicht, also ich bin dafür nicht ausgebildet. Und das ist eine Sache, da müssen alle Behörden an einem Strang ziehen. Ja, klappt. Anders funktioniert es nicht. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich hatte 13 Stunden Schichten in der Zeit. Ich weiß noch, wie es anfing, ganz am Anfang. Da war ich auf See und habe gedacht, was dreht ihr eigentlich alle am Rad hier, ist so schön ruhig. Ich bin ganz entspannt auf der Marquis gefahren. Ich habe gesegelt, Wind und Meer und alle so am durchdrehen, ständig fliegen ins Telefon. Ich so, warum nervt mich denn jeder? Ich habe es nicht verstanden. Das weiß ich noch. Ah, damals mit Serva Gunnarsson, ja stimmt, ich erinnere mich. Wir beide schön entspannt am Segeln und, und. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe dich damals angerufen. Ja. War wild. E-Infert-Line, das SRP-D ist, was kann ich für Sie tun? Ja, aber wie gesagt, auch wenn Sie sich mal unwohl fühlen sollten und das Gefühl haben, irgendwas ist komisch, das wird Ihnen in der Regel niemals jemand als Missbrauch des Notrufs auslegen, weil letztendlich geht es ja darum zu schauen, dass es Ihnen gut geht. Also gerne einfach antworten. Wie gesagt, also ich hätte es massiv dreist gefunden, weil ich weiß, was so eine Tankverwüllung kostet. Von daher, man könnte es auch einfach hergehen und mit einem reden, aber ja, man möchte ja nicht mit mir reden, habe ich manchmal den Eindruck. Daher, ja, deswegen war ich so ein bisschen Piss gerade am Telefon, das tut mir so ein bisschen leid, aber ich glaube, die Kollegin versteht jetzt warum. Ja, alles gut, also ich sage es mal so, das ist definitiv nicht verhältnismäßig, dann eine Heli zu schicken, um zu schauen, ob sie hier am Strand, keine Ahnung, ein Bier oder ein Kaffee oder was weiß ich was trinken. Also wenn man es gut macht, dann bekommen sie es nicht mit. Richtig, aber ja, ich habe... Anfänger, Anfänger, ständig sieht man die. Ja, ja. Na gut. Also ich möchte mich nochmal entschuldigen für meine Pampik in Anruf. Alles gut, alles gut. Aber ich glaube, Sie verstehen jetzt aber auch. Ich verstehe das, alles in Ordnung, kein Problem. Okay. Wie gesagt, wir werden vermehrt Streifen auch heute hier vorbeischicken, sollten Sie irgendetwas sehen, kleinste Bewegung, bitte sofort anrufen, ja? Machen wir. Und passen Sie bitte auf sich auf. Das machen wir, vielen lieben Dank. Gerne. Haben Sie trotzdem noch einen schönen Abend. Das passen Sie bitte aber auch auf sich auf. Natürlich. Wir versuchen es. Okay. Okay, schönen Abend. Bis gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich habe doch gesagt, die beschatten Sie nicht. Aber dass es wirklich einen Beschatter gibt, finde ich jetzt gruselig. Lass mich mal dein Schlüssel sein. Tut weh. Ich versuche, ich bin halt gewohnt, nachts auf der rechten Seite zu schlafen. Oh nein. Wenn ich mich dann mit so einem Schlaf umdrehe, dann... Ja, oh je. Sitz ich einmal senkrecht im Bett. Kann ich verstehen. Ich hatte auch mal einen Schlüssel beim Bruch und ich wusste überhaupt nicht, wie ich liegen sollte. Das tat einfach alles wie immer. Kann ich durchaus nachempfinden. Sondern es die ganze Zeit nicht Auto fahren zu können, das ist etwas ätzend. Ja, gut. Gut. Ah, sie hat so schön. Lecker. Hm. Oh, ich habe gar gar nichts. Ich gehe mal was holen, sonst kriege ich wieder Schimpfe. Hm. Also ich gehe mir davon aus, dass das Operation Black nur gemacht hat, um genau das zu erreichen. Und das, dass jemand meldet. Ja. Gehe ich auch davon aus. Und erinnere ich mich nur mal so, hast du vielleicht auch noch im Kopf. War das nicht damals so, dass die immer gesagt haben, wenn das PD scheiße baut, dann kommen wir? Ja. Und wann sind die denn aufgetaucht? Furz, nachdem alle wegen diesem, wegen diesem Zettel verhaftet wurden. Am selben Tag, am selben Tag sind die aufgetaucht. Siehst, wenn die genau deswegen da sind, um den PD zu zeigen, Alter, ihr baut da richtig Scheiße. Das, ja. Zum Chat, aber. Ich gehe jetzt wieder unter die Detektive in dem Fall, aber wer weiß. Ich möchte mich zu erinnern, dass das der Begründung damals war, warum sie das alles machen. Das kann sein. Und das wäre mal eine kreative Lösung des Supports, wo es zu lösen ist. Das muss man machen. Aber der Sonnenuntergang ist schön. Hm, jeden Abend. Hm. Kurze. Amen. Hurra. Hurra. Run. Vielen Dank. 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 Ja, natürlich, mach das gerne. Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ich hatte gelesen, ich bin gerade ein bisschen durch mein Telefon am Buch am scrollen, weil ich ein paar ausgetragen habe, die immer wieder ausgereist sind. Und dann ist mir eingefallen, eigentlich müsstest du doch wieder da sein. Ja, es war alles ein bisschen, eigentlich bin ich noch total krank, es ist total zum Gott. Oh ja, ich höre es, es gibt ja ein bisschen kränkend. Ich existiere momentan eigentlich noch. Oh nein. Wie geht es dir? Ja, ein bisschen gestresst, aber ansonsten, es geht jetzt auch auf meinem Urlaub zu und ich habe das Gefühl, vor dem Urlaub wird es nochmal richtig heftig. Ja, wann fliegst du? Wir fliegen entweder in der Nacht vom 14. auf den 15. oder am 15. Das kommt darauf an, ob wir den Privatjet von gekriegen oder Linienflug nehmen. Das ist dann halt die andere Sache, ob das dann alles so hinhaut. Genau, aber wird auf alle Fälle, also am 15. kannst du eigentlich nicht mehr mit mir rechnen. Okay, aber das ist doch schon mal gut zu wissen. Aber am 14. bin ich noch erreichbar und dann geht es bis zum 24. 24. kommen wir wieder, aber ich werde am 24. erstmal auspacken, Sachen machen und tun. Ich wollte es gerade sagen, mach dann erstmal schön ruhig, alles entspannt, kein Druck. Das habe ich vor und dann komme ich ab Montag dann wieder ganz entspannt. Ich bin auch von Donnerstagabend bis Montag ungefähr bin ich auch nochmal weg. Diese Woche? Genau, genau diese Woche nochmal. Weil tatsächlich geht nächste Woche mein neuer Job los. Oh, erzähl. Ich fange im MD an. Du fängst im MD an? Mhm. Oh, wie kommst du da im Wechsel? Ähm, ich habe halt schon die ganze Zeit ja überlegt, was ich machen will, ne? Und ich habe ja gesagt, ich brauche irgendwas, was flexibel ist, zeittechnisch. Ja. Und sie hatten ja jetzt die offenen Bewerbungsgespräche. Ja. Und da habe ich dann gesagt, komm, scheiß drauf, versuch's jetzt, dein Glück. Okay. Genau. Und dann mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob es was für mich ist. Mhm. Aber ich sage ja, ne, vom Versuchen muss man schon, sonst weiß man es nicht, ne? Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt, äh, jetzt oder nie. Warum nicht? Ich bin vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund noch in den Hintern getreten. Okay. Eher Richtung Arzt oder eher Rettungssanitäter? EMT, also wirklich Rettungssanitäter. Ah, okay. Genau. Einfach, um, ne, dass es einfach noch ein bisschen einfacher dann für mich ist, weil ich glaube, Arzt sehe ich mich so gar nicht. Nee, nee. Ja. Nee, ich glaube, das ist nicht meins. Nicht Doktor. Das ist eine Sache, ich unterstütze da gerne, aber nee, ich glaube, nie, nee, Irene. Okay. Aber wie läuft es denn in der Lodge? Äh, gute Auslastung. Wir hatten das Wochenende bis auf drei Zimmer alle zu, inklusive des Mieten. Ich wollte gerade sagen, die Hochzeit war ja, ne? Ja, richtig. Am Tag drauf hatten wir, äh, wurde der Wellnessbereich gebucht. Am Tag darauf hatte ich eine Tagung hier. Also ich bin, das Problem ist aber, ich bin, das Problem ist aber, ich habe gerade keinen Angestellten im Konziersbereich. Ich bin wirklich die Einzige, die gerade rund um die Uhr hier drin. Oh, das ist doch scheiße. Ja, ich hatte jetzt wieder eine Bewerberin, die war auch sehr begeistert, hat mir geschrieben. Wollte ich heute melden, aber ich habe bis jetzt leider noch nichts gehört. Ja, das ist meistens immer das andere Problem, ne? Dass die Leute dann, hm, 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 schwierig, schwierig. Dann will ich Sarah momentan auch entlasten. Die ist mir nämlich schon am Sonntag zusammengebrochen. Ja, das habe ich gehört. Wie geht es ihr denn? Nicht gut. Gar nicht gut. Oh, scheiße. Ihr kriegt eine hier als Probschaft nach der anderen gerade. Oh, nein. Und, ähm, geht ihr gar nicht gut. Deswegen versuche ich sie möglichst zu entlasten. Ja, natürlich. Aber gleichzeitig auch so viel Freiraum zu geben, dass sie machen kann, was sie möchte in der Lodge. Wirklich auch. Ja, ja, ja. Als Co-CEO kann sie das ja sowieso. Ja, aber, ne, aber, äh, guck aber auch du, dass du halt, auch nicht, ne? Ja, ich kann ja den Wellnessbereich nicht machen. Ich habe von Anfang an gesagt, ich mache nichts im Wellnessbereich. Ich kann Service machen, aber ich werde nicht massieren und so. Weil sonst, äh, kann es mich nach drei Wochen wirklich einliefern. Weil dann bin ich durch, äh, wenn ich das auch noch machen würde. Und deswegen, ne, den Bereich, äh, lasse ich ihr, beziehungsweise da habe ich noch eine zweite Angestellte, die das mit übernehmen kann. Ja, warte, ich bin dann am Telefonieren. Hallo, Kiko. Ja, die rennt hier auch gerade rum. Ja. Die wuselt da rum. Wuseln kann ich auch gut. Ja, ansonsten sind... Ja, wir haben gerade noch einen Umzug, deswegen ist es gerade alles ein bisschen hell. Aber alles gut, äh, ich habe gerade Freiraum. Okay, okay. Ich wollte euch auch nicht aufhalten. Nee, nee, alles gut, alles gut. Okay. Ja, ansonsten... Äh, ja. Also viel Stress momentan. Ja, es ist viel zu tun, wie gesagt, dadurch, dass ich die Einzige bin und ich Sarah da einfach auch rausnehmen möchte, einfach um sie ein bisschen zu entlassen. Ja, verstehe ich, verstehe ich auch komplett, ne? Also, äh, ist ja auch mehr als verständlich, dass du sie da probierst, ein bisschen zu entlasten und sagst, hey, komm, du hast gerade genug andere Sachen im Kopf. Ich habe da ja so ein bisschen am Rande, habe ich ja auch gelesen und so, ja, ich habe Bilder gesehen und habe mir gerade, scheiße, äh... Das ist eine große Lüge, sagt sie. Das ist eine dicke Lüge und, äh... Ja. Und das Schlimme ist, das wurde, äh, ich weiß nicht, ob du das auch schon gelesen hast, dass es eine Verlängerung gab. Ja, das... Ja, ja, ja. Verjährungsfrist. Ja. Oh Mann, ey. Die ist durch, die ist... Ja, ist alles leer. Ja, ich bin sofort wieder für dich da, einen Moment. So, wir wären durch. Genau, gar kein Problem. Genau, die kommt dann per Mail. Vielen Dank. Oh Gott, vielen, vielen lieben Dank. Gar kein Problem. Immer wieder gerne. Genau. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. So, jetzt bin ich wieder bei dir. Alles gut. Alles gut. War jetzt der Endspurt. Ja, ist gerade nicht einfach. Ja, das ist dann halt alles, ne, schwierig dann momentan. Dafür ist jetzt der Wellnessbereich fertig, die Suiten sind fertig, wir haben jetzt nur eine Problematik. Aber das ist doch schön. Ja, Problematik ist nur, wir warten aufs Mofag, weil ohne Absprache mit Mofag dürfen wir nicht einfach... Den Wellnessbereich nicht aufmachen, oder? Nein, die Suiten, die Wellnessbereich kann ich nur... Ach, für die Suiten, ach scheiße. So, und dann kommt noch hinzu, dass es eine kleine Schlüsselproblematik gibt mit den Suiten. Äh... Das ist alles gerade ein bisschen schwierig. Ja, ja, ich sage, wenn's kommen, kommt's immer richtig dicke, ne? Ja. Ich werde auf der Hochzeit meines Bruders einfach nur zusammenklappen und sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche Urlaub. Achso, warte, ich bin im Urlaub. Einfach hinsetzen, so bedient mich einfach jetzt. Ja, ich will jetzt auch mal bedient werden. Wir wünschen den schon, ne? Ja, Papa hat schon gesagt, er fliegt mit uns mal zwei Tage auch nach Monaco Schiff gucken und ich glaube, der hat der Hintergedanke, der will einfach nur mal wieder rausfahren, also von daher... Was klingt doch, Vision, das klingt doch nach dem Plan. Ja, aber Jan kommt mit und das finde ich doch immer wunderschön und ich bin mal gespannt, was er zu meinen Eltern sagt, die sind ja nicht gerade einfach. Ja, ich muss mal ganz kurz squeaky betreten, es kann sein, dass gleich die Verbindung abbricht. Oh, das ist gut. Ich melde mich zunutlich. Ich probiere mal eben mein Glück. Okay. Oh, Schwein gehabt. Okay, haben wir heute kein, äh, kein Pfund noch, ja? Ja, das ist ganz schlimm hier. Ich muss grundsätzlich auch immer pinkeln, wenn ich hier rein muss. Ah, ich glaube, Kiko hat das Problem. Okay, einer von euch muss das ja erwischen, oder wie war das? Ja, ja, irgendwas stimmt mit der Wandfarbe hier nicht und das macht Kopfschmerzen, alles. Und das ist, äh, ja... Kenn ich, kenn ich. Das ist ein bisschen sehr ätzend hier, das ist sehr extrem. Das kann ich verstehen, alles gut. Ach, Mann. Ja, aber finde ich schön, dass du dich neu orientierst. Aber bei Squeaky bleibst du, ne? Ja, ich hab dafür die Farm gekündigt, genau. Ah, okay, ja. Ich hab jetzt die Farm gekündigt und, äh, Squeaky gebe ich halt mit dir an, ne? Ja. Und zwischen mir und Kiko läuft wieder alles super. Das ist gut, das freut mich. Das hat sich wieder alles eingerenkt. Wir haben auch jetzt meine Ruhe über alles gesprochen gehabt. Ja. Und, äh, da läuft's jetzt zum Glück wieder gut. Sehr gut, das freut mich. Sag, ja, manchmal muss man einfach mal, ne, den Mund aufmachen und auch sagen, wenn irgendwas ist. Ja, das stimmt. Aber dann sind Kiko und ich manchmal beide ein bisschen schwierig. Das glaub ich jetzt. Deswegen. Ach, Mann. Ja. Und was ist dein Plan für heute Abend noch? Ja, ich bleib noch bis 22 hier und dann mach ich Feierabend sehr wahrscheinlich, falls es nicht doch zu heftig wird, weil ich krieg langsam Kopfschmerzen. Ja, ganz ehrlich. Denk dran, ne? Wenn's dir zu viel wird, dann, äh, tritt auch mal auf die Bremse und sag, jetzt holt nicht mehr. Ja. Ne? Denk dran, darfst dich auch nicht übernehmen, dann ist auch scheiße. Das stimmt. Das stimmt. Dann wird's nämlich nicht besser, sondern schlimmer. Zumal, ähm... Äh, Kiko, hast du die ganzen Taschen? Okay, perfekt. Zumal, äh, wir noch die Problematik hatten. Ähm. Sarah war mit Hiwiko am Strand vorhin und dann wurden sie von einem schwarzen Helikopter beobachtet. Äh. Mhm. Und es war nicht das Pidi. Mhm. Ihr habt da grad einen anderen Gedanken und der gefällt mir nicht. Nicht nur dir und wir sind leider nicht die einzigen, die denselben Gedanken teilen. Mhm. Mhm. Von daher... Von daher... Ist doch scheiße. Mhm. Ah, kacke, ey. Äh, okay. Ja. Von, äh, laut, äh, Sarah ist dann in Richtung Schumasch geflogen. Weiter. Schwarzer Heli ist meistens nicht ein gutes Zeichen. Nee, das hat Sarah auch gesagt. Ja, 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 weil er gehört weder zu, äh, zu, ähm, zum Pidi noch, äh, M-Di noch F-Di und noch, äh, ne, Miesel-News. Richtig. Das ist es halt, ne? Da kriegt man so Vibes vom Anfang des Jahres entwegt. Genau das ist es nämlich. Ja, geil. Freut man sich richtig. Oh ja, du hast vielleicht die Begeisterung in meiner Stimme. Mhm, mhm. Hm? Ah, scheiße. Mhm. Kiko, machst du dich jetzt auf dem Weg zu Koa? Okay, du machst noch die Rechnung zu Ende. Perfekt. Ich hau jetzt gleich nach Hause ab. Genau. Wir sehen uns morgen, Kiko. Tschüssi. War nachher vorsichtig. So. Bist du noch dein Häuschen in Palito oben? Ja, da kriegst du mich auch nicht raus. Ja, Tai ist ja jetzt sowieso ausgereist. Ja, hattest du mir erzählt. Der ist komplett ausgereist. Erstmal bis Januar, seiner Meinung nach. Klar. Ganz ehrlich, interessiert mich nicht mehr, weil, ne? Er hat, äh, er hat Scheiße gebaut, er hat Kacke abgezogen. Ja. Soll er machen. Er hat mir dann noch so eine, äh, ja, so eine passiv-aggressive Nachricht geschrieben gehabt. Mhm. Von wegen, ja, äh, was hat er mir geschrieben gehabt? Warte. Ähm. Äh, da, 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 da. Okay, dein Schweigen zeigt mir, wie viel Interesse du hattest, mit mir zu reden. Tut mir total leid, dass das so enden musste. Das Letzte, was ich dir sagen möchte, ist, dass du immer ein Platz sind, dass du immer mal im Herzen sein wirst. Wo ich mir denke, ja, das kannst du dir sonst noch hinstecken. Vor allem an dieses, ja, dass du nicht mit mir reden wolltest, ja, was erwartet er denn? Er hat zehn Minuten, äh, nachdem er mir die SMS geschrieben, sich ein Hotelzimmer genommen, da gibt's für mich nichts mehr zu reden. Ja. Da war die Sache für mich, äh, gegessen. Ja. Deswegen weiß ich nicht, was er sich da jetzt noch rausnimmt. Also, ne? Ja, manche Leute meinen immer, er hat dann auch die anderen in der Gruppe dann nochmal angepuckt, dass ja, wie enttäuscht er wäre, dass ja keiner zu seiner Verabschiedung gekommen ist. Ja, er hat einfach in eine Gruppe geschrieben, dass er ausreist dann und dann, ja, und wer kommen kann, der kann ja dann kommen. Aber dann beleidigt sein, äh, dass die Leute nicht aufkommen, wenn er es nur in so eine Gruppe reinschreibt. Und dann hat er halt noch so eine, ja, auch passiv-aggressive Nachricht dann geschrieben, ja, wie enttäuscht er halt wäre. Und du kennst ja auch unsere Kiko. Ja, klar. Kiko hat ihm dann Mittelfinger-Emoji die Gruppe geschickt. Aber dann gab's Stress mit Kalea und Kalea ist dann aus der Gruppe rausgegangen, und dann wurde Kiko aus der Gruppe rausgeworfen und Kalea wieder reingeholt. Da hab ich gesagt, wisst ihr was, wenn er mit dem Kindergarten angeht, tschüss. Gar keinen Bock. Ja, nicht so stehen. Das ist halt, das ist halt absoluter Kindergarten. Ja. Deswegen, damit braucht man mir ganz ehrlich, wir hatten die letzten Monate alle so viel Drama. Irgendwann ist Feierabend. Verstehe ich. Ich hab keine Lust mehr auf Drama. Ich mach mir jetzt ein Schilligen. Finde ich gut. Ja, deswegen neue Wege einschlagen, mal was komplett anderes. Mhm. Und mal gucken, ob's mir gefällt. Ich drück dir die Daumen. Ja. Wie gesagt, wenn es dir nicht gefällt, bei mir hast du immer... Ich wollte grad sagen, bei dir kann ich immer noch vorbeikommen und sagen, hier. Ich muss demnächst sowieso bei dir vorbeikommen, auf irgendeinen Gutschein. Ja. Wollte ich ja auch mit Alex zusammen machen, aber die ist grad auch im Urlaub, die besuche ich ja am Wochenende auch. Das ist ja schön. Ja. Die besuche ich in der Heimat. Dann kann ich Kühe und Schafe streicheln. Oh. Und sie wird mich einfach nicht aus diesem Stall rauskriegen. Nein, auf keinen Fall. Das glaub ich nicht. Da bleib ich. Ich gehe ein. So, solange du wiederkommst, ist mir das egal. Ich hab schon gesagt, ich werde einfach heimlich so ein Schaf mit unter das T-Shirt stecken. Hab ich schon probiert, funktioniert nicht. Verdammt. Hab ich schon getestet. Ich hab wirklich alles probiert. Kacke. Es funktioniert nicht. Glaub mir, ich hab schon einige Tricks durch. Nicht. Der Zoll ist schlauer. Verdammt. Ja. Das ist natürlich jetzt belastend. Es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ja. Dann genieß die Zeit, wenn du da bist. Ja, mach ich heute mal, wenn ich grad beobachtet, oder? Wie du wirst beobachtet. Jetzt wird's gruselig. Ich hab grad das Gefühl... Ja, da war grad grad ein... Da war grad grad ein... Da kreist ein Heli. Alter, wollt ihr mich verarschen? Oh, ist das unser Schwarzer? Ja, da ist ein Schwarzer Heli, der mich gerade verfolgt. Dann geh in Deckung. Geh irgendwo rein. Und komm da erstmal nicht raus. Ja, der ist... Der freut mich. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob der schwarz ist. Auf jeden Fall... Ruf das PD anwender... Hat der Suchscheinwerfer. Weiß ich nicht. Hatte ich... Ja, der hat den Suchscheinwerfer an. Ich muss mal ganz kurz. Ich bin sofort wieder an. Ruf beim PD an. Ja, mach ich. Wurde mir geraten. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Äh, aber zum Fallscheinwerfer denke ich eher, dass es... PD ist und nicht der andere. Ja, dann soll das PD anrufen. Also macht er ja eh. Ja. War's PD? War's PD? Okay. Ich hoffe, ich habe mich vielleicht gerade ein bisschen eingeschissen. Kann ich mir vorstellen. Der Weiß stand plötzlich neben mir. Okay. Und ich habe zu leise gesprochen. Ich hatte nebenbei halt noch seinen Kollegen am Telefon. Okay. Das war gerade schwierig. Gruselig. Gruselig. Die, äh, ich bin halt vorhin am Highwood, da habe ich gesessen, die auf der einen Seite standen und haben die mich angefangen zu verfolgen. Du Bösser Jünger, du, was bist du zu schnell? Ja, aber die haben auf meiner Seite keine Straßen. Ich war ja auf dem Highway. Achso. Aber es war noch keine Straßensperre auf meiner Seite. Dementsprechend bin ich natürlich weitergefahren und plötzlich sehe ich nur, als ich ein Heli über mir habe und denke mir... Wie? Es gibt eine, auf dem Highway eine Straßensperre? Äh, hier diese Maut-Dings, der Bums, das ist ganz vorne. Achso, ja, ganz am Anfang. Da, wo die immer ihre Kontrollen macht. Und das? Da standen die auf dem Weg nach unten, aber ich bin ja hoch Richtung Palito gefahren. Ah, okay. Überleast Highway. Hat sich also klären können, ja? Ja, ich habe den Pidila am Telefon ja so gesagt, zur Not gehen sie aus dem Auto Handy über und komm, ich habe es noch gar nichts gesagt. Und dann plötzlich stand der Weiß neben mir und wollte meinen Namen wissen. Okay. Ja, und dann, als ich dann gemerkt habe, bin ich die Person, die sie suchen, sind sie weiter. Dann durfte ich weiterfahren. Ich habe mich nur einen Moment kurz eingeschissen. Dezent, ne? Und bis ich geschnallt habe, dass ein scheiß Heli über mir fliegt. Wir hatten das Thema ja gerade. Wir hatten das Thema ja gerade erst, ne? Ja, eben. Okay, warte mal, hier ist gerade ein Bus und ich fahre mal ganz kurz vorsichtig. Oh, habe ich mich gerade verjagt. Oh Gott. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Das ist alles gut. Ich wollte heute eigentlich gar nicht groß aus dem Haus kommen. Ich komme aus dem Haus und Terror. Ich glaube, es ist gut, dass ich mich gerade auf dem Weg nach Hause mache. Meinst du? Okay. Deswegen. So, Yvain, ich muss jetzt aber auch mal, ich muss so ein paar Sachen erledigen. Kann ich verstehen. Ja, bin ich morgen unterwegs? Ja, bin ich. Ich habe morgen wieder einiges zu tun. Dann melde ich mich morgen nochmal bei dir. Pass auf dich auf. Sehr gerne. Du auch. Tschüssi. Bis dann. Tschau. Entschuldigung. Ja, einen wunderschönen Abend. Baby, Leute, Yvain Le Maas. Sie hat ihn angerufen. Wir kann nicht helfen. Genau. Mählte nochmal mein Abend. Ja, ich habe schon telefoniert. Ja. Also, wir machen das jetzt ohne Hotel. Ja. Wir nehmen auf jeden Fall das Abendessen. Und was kostet die? Also, was war die kleinste Massage, die man bei ihr machen kann? Schulter-Nacken-Kopf-Massage. Das geht so ungefähr 10 Minuten, wo die Spannungen ein bisschen gelöst werden. Kostet 150 Dollar pro Rese. Ja, dann würden wir die kleinste Massage nehmen. Okay. Dann beide oder nur einer? Nee, beide. Beide, okay. Dann wären wir 300, dann haben wir die Venice-Tageskarte. Dann wären wir 600 plus das Essen nochmal 300. Dann wären wir bei 900 Dollar für den Abend plus Getränke. Weil ich weiß ja nicht, was sie schon trinken wollen. Deswegen kommt das extra noch oben drauf. Was würdest du gerne trinken? Nee, das machen wir ganz entspannt am Abend. Da müssen wir nicht vorher irgendwas machen. Das machen wir ganz entspannt. Wenn ihr im Restaurant sitzt oder im Venice-Bereich seid, dann bringe ich euch das. Das ist alles gut. Müssen wir jetzt nicht besprechen. Achso, okay, gut. Dann wissen wir schon mal Bescheid. Okay. Dann... Also wir würden dann so ab 20 Uhr kommen. Ab 20 Uhr. In Ordnung. Dann weiß ich da schon mal Bescheid. Und trage es schon mal ein. Okay, gut. Dann danke ich mich. Sehr gerne. Einen schönen Abend Ihnen noch. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Gut, dann brauche ich den auch wieder auch in den Ocken. Dankeschön. Okay, dann trage ich das jetzt mal ein. Ich habe da ja schon mal was vorbereitet. Was ist das für ein Ton? Oh, Gott sei Dank ist es nicht aufgehört. Kriege ich ja ein Tinnitus hier. Ähm, zweimal schnitternacken Kopf. Okay. Vielen Dank. 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 Hey, hey. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich will erstmal heimfahren. Ich habe das nur gerade gelesen. Ja, wir fahren zwar in vier Stunden taktisch Streifen vorbei, aber ich bin für mich trotzdem nicht sehr sicher gerade. Ja, alles gut. Nee, dann mach du Feierabend. Ich schnapp mir die Leitstelle, falls noch irgendwas sein sollte. Das wäre lieb. Morgen Abend ist eine Massage, habe ich gesehen. Ein Herr Maas oder so, hattest du eingetragen? Der hat Wellnessabend gebucht. Ich guck nochmal rein, weil der Stand extra drin keine, ähm, keine, ähm, kein Zimmer. Noah Maas. Hast du eingetragen am 1.9. für den 6.9. Abendessen, Fleisch, keine, äh, Fisch, Entschuldigung, kein Hotelzimmer und vermutlich zweimal hat es Dornenmassage. Ah, okay, doch, dann, dann kann ich mich an ihn erinnern. Ja, doch, der hat auch geöffnet. Check-in 19 Uhr. Ja. Du hattest den nämlich, ähm, im Hotelzimmer angelegt, das, darauf bin ich auch nicht schon auf ihn geworden. Stimmt, 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 ist vor dir. Obwohl er kein Hotelzimmer hat. Ja. Der wäre morgen Abend. Ansonsten habe ich für Freitagabend zwei, sind diese vier Personen, ähm, zweimal Schulternacken-Kopf-Massage und zweimal Hotstone. Habe ich dir aber schon eingetragen. Mhm. Ja. Hiwiko? Was ist die, wo ich gedacht habe, was es sind? Hm? Oh. Alles gut. Ist euer Heli wieder aufgezaucht? Nein, nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. Okay. Alles frei. Dafür hat eben den, äh, einen Heli übern Kopf gehabt, aber es war das Pedin, weil die, äh, die Flüchtigen da suchen, die Fahndungsleute. Ja, gut. Okay, dann fahre ich jetzt, äh, mache ich hier zu und fahre dann heim. Ich habe auf telefonisch erreichbar gestellt. Ja, dann stoppe ich mir mal die Wandstelle. Okay, danke dir. Ansonsten, Redwood habe ich bestellt, ähm, das ist raus, die Kündigungsbestätigung ist raus, habe ihn auf gekündigt gesetzt. Ähm, da ist auch alles erledigt. Ähm, ich hatte heute einmal Werbung gepostet, Zimmer gesucht, wir haben noch welche frei. Hm? Aber da kam jetzt keine Ahnung groß drauf. Äh, Halakur hat für Freitagabend geboopt mit Übernachtung. Okay. Ähm, ich überlege, ähm, ich, am Donnerstag, ähm, kann es sein, dass ich nicht drauf kommen kann, weil es, äh, zu stressig wird, raufzufahren. Und ich muss um 20 Uhr wieder unten sein, ich habe da ein psychologisches Gespräch, dann wieder runterzufahren, äh, und dann wieder raufzufahren. Das heißt, wenn, dann mache ich telefonisch gern die Leitstelle, ähm, oder wenn irgendwas ist. Aber dann würde ich am Donnerstag nicht rauf fahren. Und ich bin dann mal überlegen, ähm, am Sonntag halt nochmal einen Tag Ruhe mir zu gönnen, ehe ich die ganze Woche, nächste Woche wieder durchmache, weil von der Bewerberin habe ich nichts gehört. Mhm. Keine Rückmeldung bisher, Arbeitsvertrag ist gestern aber noch rausgegangen. Mhm, ja. Schauen wir mal. Aber die haben eh gemeint, dass es jetzt erst mal Dienstagabend, Mittwochabend, irgendwie sowas, glaube ich, stand drin. Okay. Und im Mai, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, weiß ich gerade nicht auswendig. Das passt schon. Okay. Gut, dann danke ich dir. Und dann, ähm, mache ich mal hier zu, dass alles dicht ist. Alles klar, mach das. Super. Ich danke dir. Wenn was ist, kannst du dich aber trotzdem jederzeit melden. Ja, klar. Ja? Fühl dich ganz lieb, Patrick. Ja. Bis dann, meine Liebe. Tschüss. 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 Vielen Dank. 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 Tschüssi. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo. So, ich komme raus. Irgendjemand winkt. Ich bin... Ich hab mal ein bisschen drauf gewettet, dass sie jene Späne machen, haben sie ewig nicht mehr gemacht. So, das passt mit dem Personal insoweit. Haben Sie denn einen Verbandsgasten dabei? Ja, im Handschuhfach hab ich den. Ja, können Sie den gerne einmal rausholen. Ja, okay, dann. Also ich steig kurz ein und hol den raus. Solange Sie nicht losfahren, ist alles gut. Nee, alles gut. Dann aber vielleicht Ihnen nicht zu raten, da wir Ihre Personalien haben. Ich wollte gerade sagen, ich reiche Ihnen den einmal raus. Ja, gerne doch. Ja. Komm mal wieder raus. Ah, ist der vielleicht auf den Boden gefallen? Kollegen, haben Sie hier aufgehoben? Ähm. Ich habe keinen aufgenommen. Ich habe auch keinen. Also, nein. Ähm. 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 Moment. Wo ist er? Wo ist er denn jetzt? Ja. Ähm. Ähm. Einmal ruhig ausschließen. Ähm. Hä? Ist der im Au... Moment. Ich, äh. Moment. Entschuldigung. Ähm. Ähm. Ich habe ihn nicht mehr. Wo ist er denn jetzt? Entschuldigung. Wo ist... Wo ist er denn jetzt? Entschuldigung. Wo ist... Ähm. Ähm. Wo ist er denn jetzt? Ähm. Wo ist er denn jetzt? Ähm. Ähm. Wo ist der hin? Ist ein Bug. Passiert manchmal. Wo ist denn der? Ähm. Es hat Pain schon gedacht, dass es ein Bug ist. Ähm. Ich habe ihn ja wirklich gegeben. Ja. Wo ist denn der hin? Ich habe den aber auch nicht. Deswegen habe ich ihn ja extra rausgegeben. Das passiert manchmal. Das ist ein Bug. Was passiert mit Essen ja auch manchmal. Das ist dann einfach die Bug ist das mit Essen. Das kommt beim anderen nicht an. Naja. Das passiert. Naja. Wenn nicht, hole ich mir jetzt gleich einen neuen. Alles gut. Wo ist er denn hingelaufen? Na wenn das nicht Mike Jäger und Isabelle. Kann das Castellano ist. Was können wir dafür tun? Hä? Wo ist denn Mike? Hä? Wenn der Kollege dann wieder da ist und wenn nichts ist, dann dürfen sie auch wieder weiterfragen. Man hat ja auch die Bewegung gesehen, dass ich ihm was gegeben habe. Die Verwirrung ist verwirrt. Der Kollege ist gleich wieder bei Ihnen. Okay danke. Mimimi. Ich mimimi. Jetzt gerade noch was. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich glaube der Kollege guckt gerade nochmal wegen dem Erstlevekasten. Wenn nicht, hole ich mir gleich einen neuen. Wo ist der denn jetzt hin? Nicht, dass ich da gleich drüber fahre. Fahre. Er denkt, er wollte einmal kurz gehen und nicht, dass er den... Hat einmal alle seine, ja ich würde fast schon sagen, Lesebrille aufgesetzt. Ja, aber... Ich denke, das hat sich gleich geklärt. Weil sonst, Kollege, kannst du sonst einmal kurz zum Recruiting rübergehen, dass er nicht da komplett dran ist. Keine Ahnung wo dahin ist, aber wir haben noch ein Ersatzding bei uns im Department. Aber alles gut, sonst hole ich mir gleich schnell einen neuen. Also ich brauche ja einen. Ne, wir haben einen hier schon. Ach, das ist aber... Ähm... Ja. Also es ist gut. Keine Ahnung, wenn er da der gleiche ist, dass er da runtergerollt ist oder so. Keine Ahnung, aber... Hier bitte sehr. Vielen lieben Dank, dass es da nicht handelt. Dann passt nämlich alles so weit, dann wünsche ich nämlich eine angenehme Weiterfahrt. Das wünsche ich Ihnen auch. Passen Sie gut auf sich auf, ja? Alles klar. Lassen Sie es sich gut gehen, okay? Sie auch. Wir sehen uns bald wieder in der Lodge. Ja, hoffe ich noch. Ciao. Tschüss. Was? Das war der. Wahrscheinlich irgendwas gebuckt. Ähm... Wann hast du jetzt gesehen, dass es genau der war? 30.09. War man. Ich hatte zuletzt 30.09. Ja gut, da gibt es ja viele. Ja gut. Aber die wissen das ja auch, dass dieser Bank guttreten kann. Und dann sind sie so, weil sie ihn ja von dir anfordern. Und die so, dass sie die dann nicht austauschen. Die nicht mehr genug werden. Das stimmt. Und... Das meine ich ja nicht. Ich hab ja... Ich hab den ja rübergegeben. Also das war ja jetzt... Machst du jetzt ganz Feierabend? Oder bist du mal zu ihr? Oder? Weiß ich noch nicht. Ich guck gleich erstmal wo er ist. Ich will erstmal die Sachen jetzt ins Haus bringen. Wahrscheinlich wird sie jetzt nur noch kochen. Und dann ins Bett. Oder so. Weiß ich noch nicht. Ich krieg nämlich wirklich gerade Kopfschmerzen. Und... Genau. Genau. Von daher, warum nicht ein bisschen... Aber die Kopfschmerzen kommen vom Rücken und das ärgert mich grad ein bisschen mehr. Und dann... Vielleicht setze ich mich noch kurz hin. Guck, ob noch irgendwas erledigt werden muss. Irgendwas bestellt werden muss. Und dann Feierabend. Guck. Guck bitte smoke und nacken. Guck mal. Nacken coffee. Guck mal. Insofern nachkernigisschnisch. Okay. 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 echt heftig also das hätte ich nicht erwartete also ich weiß dass er schon was länger mit bahnung aber in wenigen wens kopf rattert das jetzt weil sie bahnu ganz anders auch kennengelernt hat und dementsprechend ist das für sie sehr sehr schwerer zu verstehen auch gut deutsch wo sie wissen würde balu ist zu der schwerverbrecher mörder und er hat nicht abgedrückt wenn ich es richtig mitbekommen das ist nicht klar aber er war dabei also er hat ja auch vorher aber ich habe keine ahnung im gegenseit wovon wir aber ahnung haben ist dass ich mir jetzt immer mache denn es ist werbungzeit hashtag werbung ganz kurz wenn ihr unterstützen wollte das ist september lacht uns ab da ist man kann günstiger dann können die video dies auch sofort gucken nach dem stream ihr könnt aber auch wenn ihr nach dem spiel sucht mal ausruhen zeichen in den chat eingeben oder den banner unter dem stream klicken dann unterstützt ihr uns bekommt die spiele extrem günstig heute zum beispiel beziehungsweise morgen in einer stunde 45 minuten erst sein erscheint starfield und das ist ein cooles spiel das könnt ihr da schon deutlich günstiger bekommen nur so als tipp und als letztes ihr wisst ja vielleicht wir fahren auf community reise in anderthalb wochen und wir haben es jetzt Gott sei Dank trotz der hohen rechnung bekommen haben geschafft das ding soweit durch zu finanzieren knapp 100 euro fehlen noch wenn ihr ein euro zu viel habt dann würden wir uns auch da über eine kleine donation freuen ist natürlich keine pflicht so werbung ende ich halte mir die klappe einmal am abend darf das sein denke ich warum ich diesen vortrag immer halte bin lieber der boomer als kathie direkt an Vielen Dank. 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 Ach, die Leere kriege ich? Schau mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist auch schon Feierabend für heute. Es ist auch gut. Es ist auch... dass sie wirklich... und... 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 So... Yvonne hat noch kurz mit Younggrad geschrieben. Ähm... Weil sie mir geschrieben hat, dass sie schon zu Hause ist. Und... Und... Eine Runde Mac & Cheese kocht. Und kam nur Ohohohoh und Herzen zurück. Äh... Dann hat er ihr noch geschrieben, ich warte noch ein Viertelstündchen. Eventuell kommt noch ein Auftrag zur Verlegung rein. Ansonsten mache ich mich dann auch auf den Weg. Und... Und... Dann hat er noch geschrieben, ich hoffe, ich fahre gleich noch einmal zum Alamo. Und zurück. Gehe er zurück schon ins Bett. Das heißt, bei ihm dauert es noch ein bisschen. Das heißt, äh... Es hat ihm jetzt noch zurückgeschrieben, okay, Essen steht im Kühlschrank. Lass es dir schmecken. Pass bitte auf dich auf. Geht wild zu draußen. Trinkt jetzt noch ihren Tee. Guckt noch mal kurz auf Venture. Und dann geht Yvonne auch schlafen. Die macht sich halt auch viele Gedanken über das, was gerade aktuell abläuft in der Stadt und und und. Ist halt, ähm... Das, was mit Sarah gerade passiert. Die Lodge und und und. Also die hat so viel im Kopf gerade. Ist gerade nicht live für Madame. Und dann geht's her. Jetzt geht's mit ihm und dem. Und dann geht's mit ihm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn wir das zum Einschlafen, kennen wir Yvain. Und dann war es das Verräutern. Und dann machen wir mal für heute Feierabend. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß, wenn es ein bisschen ruhiger zugehen heute. War halt viel Dokumentation und so weiter. Von daher müssen wir uns da keine großen Gedanken machen. Wir werden aber morgen weitermachen mit Yvain heute, aber machen wir Feierabend. Das ist genug. Und ich gönne ihm jetzt einfach mal eine Runde Schlaf. Ich glaube, das kann in den besten Fällen, ich sehe gerade, ich habe noch den Rucksack, den kann ich noch eben wegräumen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. ich bin sich noch ein bisschen wenn wir massiert damit ein bisschen und okay so, Lavendieöl haben wir genommen das war's dann oh nein, Telefon nicht wirklich oh Scarlett hey Scarlett ist jetzt weggedrückt hey sorry, falsche Taste gedrückt immer diese Fettfinger, ich sag's dir ja, passiert Entschuldigung, wollte ich nicht äh, ja ähm Braut, hast du betreuen können, ja? ja mit, ähm ja, es ist leider gar nicht gut verlaufen oh ja, naja ähm, wir haben das, äh, aus Zeitmangel hat sie mir am Strand den Standort geschickt wo ihre Hochzeit stattfinden soll ja die Technik hat aber leider versagt und das ist, ich weiß nicht wie gut du dich auskennst aber in Vespucci gibt es gewisse Gegenden und die sind in der komplett falschen gelandet was gar nicht gut ist mhm oh und das ist ihr Traumaufbau, hat sie gesagt oh nein ja, es ist, äh okay unangenehm ein bisschen, ja unangenehm äh, ja ich wollte dich fragen ähm ob du weißt ob man diese Pavillons die ich jetzt von dir ja geliehen hab die du ja noch so stehen hast ob man die auch irgendwo erwerben kann auf Dauer mhm generell bei Cyprus aber ob du sie erwerben darfst steht natürlich auf einem anderen Blatt wenn wir mal anfangen ah, okay okay, verstehe verstehe weil unser Gedanke ist halt wenn wir so Regentage haben und ähm ist es halt sehr, sehr schwierig im Wellnessbereich halt optimal zu nutzen ja und wenn dann eine größere Gruppe wie zum Beispiel am Sonntag dann gebucht hat und die dann alle im Regen sitzen wie man so schön sagt haben Sarah und ich halt überlegt ob wir uns nicht welche anschaffen damit wir nicht immer wenn du zufällig eine Veranstaltung hast es regnet und die brauchst dass ähm dass wir uns welche zulegen für den Notfall mhm das war so der Hintergrundgedanke ja kann ich verstehen ähm ja das war so ein Gedanke den wir hatten deswegen wollte ich dich das nachfragen mhm ähm ja einfach bei Cyprus mal nachfragen ja hallo gerne einsteigen ähm ich spiele jetzt Taxi deswegen eventlich okay ähm ja wir hören auf jeden Fall voneinander ja am Morgen bin ich wieder da und am Freitag bin ich vor Ort Donnerstag übernimmt ähm Sarah wenn was ist ähm zum Abholen ihr wolltet ja noch eure 2 abholen mhm okay alles klar weiß ich Bescheid ja dann pass bitte auf dich auf es geht grad wild draußen zu ja ich ähm ja ich weiß ja dann pass auf dich auf okay ja du auch bis dann gleichfalls tschüss tschüss so jetzt aber fein ihr lieben passt bitte auf euch auf habt noch einen schönen Abend ich mach jetzt hier Schluss für heute was ist denn heute wieder hier in diesem Haus los alles am rumpen und was nicht alles schlimm 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 was heute ist rät freier dienstag auch man ist rät freier dienstag ihr habt es gehört ich darf nicht müsst ihr euch bei ihm beschweren aber ich gebe euch einen tipp wo er zugucken sollte nämlich bei irgendeinem pedile am besten da geht's ab da geht's ab ja gut ich hab's gehört ich darf nicht ich hab Verbot bekommen von daher wünsche ich euch trotzdem morgen gibt's wieder ein Raid na gut dann viel Spaß und wir sehen und hören uns bis dann tschüss tschüss